Jüdische Realität in einer multikulturellen Gesellschaft Jüdische Realitäten? Gibt es sie? Die einen werden sagen, ja, es gibt sie, andere würden sagen, sie ist konstruiert. Vermutlich stimmen beide Antworten. Die Grenzen zwischen beiden sind fließend. Menschen jüdischen Glaubens sind Deutsche, Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, Teile der Mehrheitsgesellschaft, aber auch Teil der Minderheiten, Teil der Migranten-Communities von Hass, Rassismus und Antisemitismus betroffen. Und die Liste könnte ich so fortsetzen. Je nachdem, in welcher gesellschaftlichen Konstellation wir uns befinden, erleben wir natürlich verschiedene Realitäten. Für die einzelnen Menschen sehen die Realitäten mal ein bisschen von allem oder nur ein Teil davon aus. Diese vielfältigen und vielschichtigen Realitäten treffen natürlich auch auf alle anderen Minderheiten der Gesellschaft, auf Menschen mit Migrationshintergrund, auf Menschen ohne Migrationshintergrund und so weiter. Weshalb es auch nie eine Antwort auf die vielen klugen Fragen, die wir alle stellen, geben wird. Und trotzdem sind wir uns alle bewusst, dass in Deutschland Fragen über das jüdische Leben, über Repräsentation und Sichtbarkeit, über Antisemitismus und Rassismus gegenüber Menschen jüdischen Glaubens in der Vergangenheit eine besondere gesellschaftspolitische Relevanz hatte, heute auch hat und in Zukunft weiterhin haben wird. Insofern müssen wir uns in Deutschland immer im historischen Kontext bleiben und gleichzeitig für neue gesellschaftspolitische Entwicklungen und Realitäten die Augen öffnen. Wir müssen wachsam sein über alte und neue Herausforderungen und Gefahren. Gleichzeitig müssen wir auch neue soziale und politische Bündnisse und Allianzen erkennen und würdigen. In unserer Reihe Perspektiven für eine offene Einwanderungsgesellschaft haben wir über Hass, Radikalismus und Terror diskutiert. Aber auch darüber, wie es in der Einwanderungsrepublik Deutschland weitergeht. Es ging immer um Strategien gegen Spaltung und Ausgrenzung und wie wir das Zusammenleben gestalten wollen. Heute wollen wir den Blick insbesondere auf das jüdische Leben und jüdische Realitäten in Deutschland, Europa und darüber hinaus richten. Ich freue mich sehr, dass wir wieder sehr engagierte und kompetente, langjährige und neue Kooperationspartnerinnen und Partner an unserer Seite haben. Ich möchte Sie nur namentlich ganz kurz vorstellen, weil nachher wird Sergej auf alle eingehen. Michael Bordermann war Professor an der Universität in Toronto, Kanada, aber auch in Berlin und hat zahlreiche Publikationen zu dem Thema veröffentlicht. Er ist ein langjähriger Kooperationspartner der Heimküppel Stiftung und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Michael. Dani Kranz ist Projektleiterin und Senior Researcher an der Bergischen Hochschule Wuppertal und arbeitet auch viel zur israelischen Migration nach Deutschland. Zili Kugelmann ist stellvertretender Direktorin des Jüdischen Museums in Berlin. Armin Langer ist Mitinitiator und Koordinator von Salam Shalom und Autor des Buches Ein Jude in Neukölln, mein Weg zum Miteinander der Religionen. Levi Salomon ist Sprecher des Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus und Repräsentant der jüdischen Gemeinde Berlins. Und Sergej Lagordinski, mein Freund, mein Kollege und ebenfalls Repräsentant der jüdischen Gemeinde Berlins, der uns heute durch das Gespräch und die Diskussion führen wird. Danke an alle, dass Sie da sind. Danke, dass Sie hier sind. Und wir freuen uns, dass Sie heute mit uns, wenn es sein muss, kontrovers, aber auch sehr konstruktiv mit uns diskutieren. Und vielen Dank. So, ich begebe das Wort an Sergej. Vielen Dank. So, jetzt wissen Sie, wer wer ist. Jetzt zur Zeit fünf Leute mit fünf verschiedenen Namen, eine davor Frau, da müssen wir auch noch daran arbeiten, dass wir ein paar mehr Judinnen hier auf dem Podium haben. Aber Sillie ist ja hoffentlich. Und alle sind Juden und Judinnen. Insofern viel zu besprechen. Mekon, vielen Dank für die Vorstellung und auch für das Gebot der Stunde, kontrovers, aber konstruktiv zu diskutieren. Ich glaube, das schaffen wir. Sowohl konstruktiv, als auch kontrovers, hoffentlich. Die Teilnehmerinnen auf dem Podium wurden ja vorgestellt. Deswegen müssen wir jetzt auch nicht noch mehr Zeit verlieren. Ich kann ja dann noch im Einzelnen vielleicht ein paar Striche noch hinzutun. Sondern gehen gleich in Mediarese und sprechen über das Thema. Wie ist es denn heutzutage für jüdische Menschen in Berlin, in Deutschland zu leben? Wie ist die Realität? Und wie verhält sich diese Realität mit dieser Vielfalt, die sowohl innerhalb wie auch außerhalb der jüdischen Gemeinschaft herrscht? Und mit dieser Frage wollen wir beginnen und wollen Armin Lange gleich bitten, ein paar Ideen, ein paar Erzählungen mit uns zu teilen. Denn Armin Lange hat dieses schöne Buch, was er da hält, ein Jude in Neukölln, heißt das glaube ich, geschrieben, tourt damit durch die ganze Presselandschaft, kriegt dafür Schläge und Lob, beides. Und deswegen ist er auch der Richtige auf diesem Podium. Armin, wie fühlt man sich hier als jüdischer Mensch in Deutschland? Ich weiß, da gibt es einen Abschnitt in deinem Buch dazu und diesen Abschnitt möchtest du uns unter anderem vortragen. Wie wird man als Jude hier wahrgenommen und wie nimmt man das, dieser Wahrnehmung sozusagen selber wahr? Armin Lange. Armin Lange. Dann kann ich besser lesen. Ich wurde nämlich beauftragt, um den Veranstaltungen zu lesen. Ich kann dem Auftrag entsprechen. Ja, vielen Dank erstmal für die Heinrich-Ber Stiftung, für die Initiative, diese Veranstaltung heute Abend hier zu haben. Man merkt, dass die Stiftung echt sehr professionell ist. Also das Wasser ist still und ist sehr wichtig, weil so kriegt man keinen Schluck auf. Und das muss ich leider ganz oft erleben, dass die Organisatoren gespritztes Wasser den Referenten anbieten und dann hat man die ganze Zeit nur Schluck auf. Okay, ich habe fünf Minuten. Ich versuche jetzt irgendwas Konstruktives hier. Mit dem jüdischen Jammern. Okay, ich werde jetzt aus dem Kapitel Ich bin interreligiös und du vortragen. Und wie sieht das Konzept der Nächstenliebe im Judentum aus, fragte Pfarrer Gerhard. Der Mittfünfziger, der zwischen einem anderen Pfarrer und mir auf dem Podium saß, guckte mich hoffnungsvoll mit seinen großen grauen Augen an, als müsste ich nun die größte Frage seines Lebens beantworten. Echt jetzt? Dachte ich im Stillen. Ich hatte diese Frage schon tausendmal beantwortet, schaute auf die kleine aufgeregte Zuhörerschaft. Wow, ein echter Jude, die fast ausschließlich aus älteren Frauen bestand. Ich habe natürlich nichts gegen ältere Frauen, das ist nur die Beschreibung der Situation. Und dann kann man natürlich die Frage stellen, warum es in der ersten Linie ältere Frauen waren, die zu der Veranstaltung gekommen sind. Können wir später besprechen. Naja, war meine Antwort. Nächstenliebe ist eigentlich ein jüdisches Gebot. Wer haftet der Achakamocha, also Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, steht genau in der geometrischen Mitte der Tora. Das ist kein Zufall. Ich sah auf den Gesichtern, dass ich sowohl dem Pfarrer als auch das Publikum in der vorlederhallenden neugotischen Kirche mit meiner Erklärung glücklich gemacht hatte. Während ich auf dem Podium saß, musste ich mich die ganze Zeit sehr zusammennehmen, um nicht laut zu schreien. Das alles findet ihr im Schulbuch. Warum reden wir nicht endlich über etwas Wichtiges? Über Privilegien und Unterdrückung einiger religiöser Minderheiten? Über Machtverhältnisse? Wäre es nicht sinnvoll, erst nach der Gleichstellung aller Religionsgemeinschaften wieder solche Gesprächsrunden abzuhalten? Natürlich sagte ich nichts von alledem. Ich halte immer brav meinen Mund. Stimmt nicht, aber steht hier. Ich hielt meinen Mund, als ein Imam auf einer jüdisch-muslimischen Veranstaltung in seinem zehnminütigen Grußwort neun Minuten lang darüber referierte, wie schön das Leben der Juden in Andalusien und der muslimischen Herrscher gewesen sei. Wir wissen, das ist ja höchst umstritten. Ich hielt auch meinen Mund, als ich der Rabbiner für diese netten Worte beim Imam bedankte und davon erzählte, wie pluralistisch der Staat Israel doch heute sei. Wir wissen, das ist auch höchst umstritten. Ich hielt sogar dann meinen Mund, als auf einer interreligiösen Tagung im Roten Rathaus in Berlin die Teilnehmer plötzlich aufstanden und anfingen, Shalom Habibi zu singen. Gemeinsames Singen bringt ihnen zufolge Frieden. Meiner Ansicht nach sorgt ausschließlich die politische Partizipation, das Streben nach Gerechtigkeit für Shalom und Salam. Jetzt kommt irgendein Zitat aus der rabbinischen Tradition, um zu beweisen, dass das, was ich sage, nicht aus dem Nichts kommt. Shimon sagte, mein ganzes Leben habe ich verbracht unter den Weisen und fand nichts besser für den Sterblichen als das Schweigen. Nicht das Lehrgespräch ist die Hauptsache, sondern das Tun und wer viel redet, bringt Sünde hervor, lehrt die Mischna im Text aus dem ersten, zweiten Jahrhundert. Das Lernen ist nur unter der Bedingung begrüßenswert, dass es zur Tat führt. Das Judentum ist nicht eine Religion der Diskutierenden, sondern der Macher. Die Zeit der entlosen Diskussion kommt erst dann, wenn der Messias schon hier ist und auf der Erde schon unbegrenzter Friede herrscht. Ich werde jetzt ein bisschen springen und über die Initiative was erzählen. In den Anfängen der Salam-Shalom-Initiative wurden auch wir kritisch beäugt. Salam und Shalom, fragten einige, und schlussvoll gärten, das klingt so nach Friedensgedöns. Als wir den Namen Salam-Shalom für unsere Initiative wählten, wollten wir damit nicht das Ziel formulieren, Frieden zwischen Juden und Muslimen zu schaffen, wie viele vermuteten und uns deshalb hinter vorgehaltener Hand belächerten. Aus unserer Sicht gibt es gar keinen grundsätzlichen Konflikt zwischen diesen beiden Gruppen. Der Name macht deutlich, dass dieser Frieden bereits existiert, dass beide Religionen und Kulturen eine gemeinsame Basis haben. Diese Botschaft wollen wir verbreiten. Wir gehen auf die Straße und demonstrieren für das Recht, mit religiösen Symbolen im öffentlichen Amt arbeiten zu dürfen. Wir bilden Menschenketten, die dann in den Medien überall auf der Welt sichtbar werden, und ich übertreibe nicht, um ein Zeichen für ein Bündnis zwischen Muslimen und Juden in Europa zu setzen. Wir organisieren Begegnungen, wir fordern eine institutionelle Gleichstellung der muslimischen Gemeinden mit den jüdischen und christlichen Einrichtungen, um ihre Unabhängigkeit von Saudi-Arabien und der Türkei zu gewährleisten. Wir treten der rassistischen Panikmacher mit Fakten entgegen, wir publizieren, und das alles klingt sehr schön, aber ich wollte jetzt auch über eine Herausforderung sprechen, nicht nur über Erfolgsgeschichten. Eine Geschichte, zwei Seiten und dann bin ich fertig. Als Administrator des Postfachs unserer Initiative erhalte ich regelmäßig Medienanfragen. Wenn ich wie üblich auch muslimische Mitglieder als Interviewpartner vorschlage, erhalte ich nicht selten eine Antwort wie diese. Wir würden eher mit einem jüdischen Mitglied aus der Initiative reden. Wenn es die Anfrage erlaubt, mehrere Gesprächspartner zu organisieren, schicken wir natürlich einen Juden und einen Muslim. Denn darum geht es ja unserer Initiative, beiden Seiten Gehör zu verschaffen. Das bedeutet aber noch längst nicht, dass sie von Seiten der Redakteure gleich behandelt werden. Eine meiner schlimmsten Erfahrungen musste ich mit dem CDF machen, obwohl ich ihre Beiträge über unsere Gruppe fast immer korrekt und gut finde. Mein Kumpel Ozan, Ozan ist Muslim und seine Religion spielt in dieser Geschichte eine Rolle. Mein Kumpel Ozan und ich waren gemeinsam zu einem Interview eingeladen worden, um über Antisemitismus und dessen Instrumentalisierung in Deutschland zu diskutieren. Ozan lieferte während der einstündigen Aufnahme als Experte an der Al-Salamon-Hochschule dazu sehr interessante Beiträge. Außerdem ist er deutscher Muttersprachler und kann sich ohne Zweifel distinguerter ausdrücken als ich. Im gesendeten Beitrag wurde dennoch nur ich mit vollem Namen erwähnt. Der Denker, Ozan Keskönkelic wurde einfach als ein Freund von mir dargestellt, Zitat, Armin Langer hat seinen muslimischen Freund Ozan zum Gespräch mitgebracht und seine einzige Rolle im Bericht wurde darauf beschränkt, zu meinen Äußerungen zu nicken. Die Komplexität eines Themas in drei Minuten zu packen, ist ohne Zweifel eine große Herausforderung. Dies war ein schmerzliches Beispiel, wie schwierig es ist, am Medientenor etwas zu ändern. Und einige Journalisten selbst vom bereits bestehenden Medienbild so formatiert sind, dass sie nicht anders können, als es fortwährend erneut zu zementieren, wobei die eigentliche Nachricht übersehen wird. Wie meine Mitstreiterin und Freundin Hannah Zuberi, Judaistik-Dozentin an der FU, einmal zu mir meinte, in Deutschland ist Salam eine Fußnote von Shalom. Juden und Muslime werden in der Öffentlichkeit nicht gleichberechtigt wahrgenommen. In der Regel auf Kosten der Muslime. Es wird viel über sie geredet, aber ihre Stimme wird nicht gehört. Und in diesem Sinne wünsche ich mir, dass wir heute weniger über Muslime reden und eher über Juden. Danke für die Aufmerksamkeit. Jetzt habe ich ein bisschen Hemmungen, überhaupt dieses Podium zu bestreiten, ob es nicht zu viel Aufmerksamkeit für diese jüdische Minderheit auch durch dieses Podium geschaffen wird. Trotzdem wollen wir, weil es eben thematisch so ist, uns diesem Thema widmen. Amen Lange plädiert sozusagen für die Gleichstellung aller Religionsgemeinschaften. Er sagt, dass es in Deutschland auch sozusagen eher die jüdische Minderheit vielleicht bevorteilt, aufmerksamer verfolgt wird. Und doch gibt es Diskussionen, die davon zeugen, dass die jüdische Realität auch nicht einfach ist und gerade die jüdische nicht einfach ist. Ich erinnere mich an die Diskussion über die Friedenauer Schule, wo exemplarisch sozusagen ein junger jüdischer Herkunft gemobbt wurde, nur weil er Jude ist. Levi Salomon beschäftigt sich lange schon mit solchen Fällen. Er ist nämlich der erste Beauftragter der jüdischen Gemeinde für den Kampf gegen Antisemitismus gewesen und seit dem Ausscheiden aus diesem Amt hat er das jüdische Forum gegen Antisemitismus für Demokratie gegründet, ist dort jetzt Geschäftsführer seit vielen Jahren. Levi, wie ist deine Wahrnehmung dieses komplexen Phänomens Antisemitismus und was ist der Stand der Dinge, wenn wir das angehen, ist diese Aufmerksamkeit für die jüdische Minderheit auch in diesem Bereich gerechtfertigt? Müssen wir da mehr tun oder ist das vielleicht nur ein Phantom, was diese Gesellschaft sich einbildet? Eigentlich war ich hier eingeladen, das ist ein kurzer Vortrag, halten das ungefähr zehn Minuten und wenn Sie gestatten, das würde ich das wahrnehmen, dass dieser Auftrag und erst einmal, dass es über die Lage, über Antisemitismus wollte ich reden, dass aus jüdischer Perspektive, ich habe das als großer Respekt für die Minderheiten innerhalb, das ist die jüdischen Menschen, das ist welcher Vertritt, das ist Armin Lange, ich weiß nicht, dass nach meiner Erfahrung vielleicht ein Handvolle Menschen, das vertreten seine Ansichten, ich würde sagen, dass es mich, das ist im Mainstream, ich spreche so, wie ich spreche, dass es die Mehrheit, das ist die jüdische Gemeinschaft und dass die Salam, eine Fußnote von Shalom, das kann ich überhaupt nicht teilen und ich finde, es ist fragwürdig, das formuliert, aber über die Lage, das würde ich gerne, wenn es geht, das jetzt zu reden. Unter dem Dach der Zentraljahre der Juden sind aktuell etwa zu 100.000 Mitglieder organisiert, also ungefähr, das gibt es 100.000 jüdische Menschen. Insgesamt wird die Anzahl in Deutschland lebende Juden und Jüdinnen auf etwa ungefähr 200.000 Personen geschätzt. In unserer Stadt machen die Mitglieder der jüdischen Gemeinde etwa 0,3% des Einwohnerschafts aus. Insgesamt mögen Jüdinnen und Juden etwa ein knappes Prozent der Berliner ausmachen. Das klingt nicht sehr viel. Tatsächlich sind die Jüdinnen und Juden eine kleine Minderheit in Berlin. Gründrechte, wie das Recht auf Schutz der Menschenwürde, das Recht auf Leben sowie körperliche und geistige Unversicherheit, auf Freiheit, Sicherheit, nicht Diskriminierung, sind aber nur Gründrechte, wenn sie für alle gelten, eben auch für die Angehörige kleine Minderheit. Wenn Rechte nicht nur, nicht für alle Menschen gewährleistet sind, sind es kleine. Es ist keine Gründrechte mehr, sondern Vorrechte. Wenn also die Gründrechte von Angehörigen einer Gruppe angegriffen werden, ist das eine Verletzung der Gründrechte alle. Gerade in der Schoah, in der Stadt von der Schoah ausging, ist die Gewährleistung der Gründer und Menschenrechte für Jüdinnen und Juden auch ein Gradmesser für die Stabilität der freiheitlichen Demokratie. Antisemitismus ist also nicht nur ein Problem für Jüdinnen und Juden, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem. Tatsächlich kommt Antisemitismus gerade dort besonders häufig und ausgeprägt vor, wo gar keine Juden sind. Ein Beispiel dafür kann ich Ihnen erzählen. Zwei meine nicht-jüdische Mitarbeiter im Rahmen einer unserer Feldbeobachtungen Ende April bei Dörbysspielen SV Fabelsberg 03, Sportclub Fabelsberg 03, die spielten das gegen Energie Cottbus in der Regionalliga Nord-Ost. Und dort Cottbusse fanden, fanden sie ihre Gegner unter anderem mit dem Rufen wie Arbeit macht frei Babelsberg 03 oder wurde dann auch Hitlergruß gezeigt oder wurde geschrien Zecken, Zigeuner, Juden. Was ich davon halte, das habe ich schon, das ist in einer Stellungnahme bei Tagesspiegel das schon gesagt, aber was ist für mich wichtig, breit und breit, dass bei in diesem Stadium und breit und breit das war kein einziges jüdische Menschen zu sehen. Also das ist der Antisemitismus stattgefunden, das ist wo gab es überhaupt keine Juden. Ebenso die antisemitische Volkverkehrzungen also ganz ohne die Präsenz von Juden auskamen. Ebenso gibt es Muslimfeindlichkeit ohne Muslime, Einwanderungsfeindlichkeit ohne Migranten, Flüchtlingsfeindlichkeit ohne Flüchtlinge und auch sexistischer Chavinismus treibt die wildesten Blüten nicht selten dort, wo keine Frauen anwesend sind. Antisemitismus ohne Jüdinnen und Juden ist aber schon deshalb häufiger, da die jüdische Minderheit die zahlenmäßig kleinste ist. Hinzu kommt, dass Antisemitismus eben nicht irgendwelche eine Spielart von Rassismus ist. Bitte sehen Sie mir nach, dass ich diese Spezifika des Antisemitismus einmal mehr ausdrücklich benenne. Von dem Hintergrund der aktuellen Fehler scheint mir erst notwendig. Erstens, Antisemitismus baut auf antijudaistischen Mythen, Stereotypen, Feindbilder auf, die seit weit über 1500 Jahren in europäische Kulturen verbreitet und verankert wurden. Zweitens, die gegen Juden und Juden gerichtete Rassismus weist Besonderheiten auf, der entweder nicht mit jedwägigem Rassismus gleichgesetzt werden kann, so wird von Antisemiten der jüdischen Rasse eine quasi unheimliche Überlegenheit und Macht zugeschrieben, die ansonsten für rassistische Ausgrenzungen und Abwertungen untypisch ist. Denn die Juden zu geschriebenen Macht ist auch die Grundlage von Verschwörungsideologien, die den Antisemitismus in besonderer Weise kennzeichnen. Der rassistische Antisemitismus mündete in der Schoah. Der Post-Schoah-Antisemitismus versucht dieses historische singulare Menschen Verbrechen zu relativieren und den Opfern Schoah die Bezugnahme auf den millionfache Judenmord vorzuwerfen. Der Israel-bezogene Antisemitismus versucht einerseits alle Jüdinnen und Juden für die Regierungspolitik des Staates Israel in Haftung zu nehmen und andererseits durch die Dämonisierung des Staates Israel die Schoah zu relativieren und letztlich die Opfer der Schoah zu tätern und zu definieren. Schließlich zitierte den strukturelle Antisemitismus jüdenfeindliche Stereotypen und Verschwörung Mythen ohne das Feinbild der Juden ausdrücklich zu benennen. So verfestigte der strukturelle Antisemitismus de facto Judenfeindlichkeit ohne Juden. Eine schlichte Gleichsetzung der jüdenfeindlichen Diskriminierung und Hassideologien mit anderen Erscheinungsformen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit machen diese Besonderheiten des Antisemitismus unmöglich. Die deshalb spezifische Auseinandersetzung mit Antisemitismus bleibt aber notwendig, weil Antisemitismus Jüdinnen und Juden und ihre Lebensgestaltung eingegrenzt, da er im sozialen Umfeld zu finden ist. Somit sind Juden und Juden alltäglich in der Wahrnehmung ihrer Gründrechte beeinträchtigt bzw. alltäglich in ihren Gründrechten angegriffen. Diese Grenzen, diese Beeinträchtigung sind als menschenfeindlich zu bezeichnen. Die Zahl Antisemitischer Straftaten ist, wie die Straftaten im Zusammenhang vorwollt als motivierten Kriminalität insgesamt in den letzten Jahren wieder gestiegen. Zwar sind die in der polizeilichen Kriminalstatistik erfassten Fälle mit mutmaßlichen islamistischen Motivationen in den letzten Jahren zurückgegangen, doch auch wenn Antisemitismus ein gesamtgesellschaftliches Problem bleibt, empfinden viele Jüdinnen und Juden eine zunehmende Bedrohung vonseiten eines Antisemitismus, der sich auf dem Islam beruft. Diese Wahrnehmung ist wohl nicht gründlos. Nach dem empirischen Befund des Federal Agency Antisemitismus Human Rights empfinden 66% der in Deutschland lebenden Juden und Juden ihr Sicherheitsgefühl als sehr stark oder ganz erheblich durch den israelisch-arabischen Konflikt beeinträchtigt. Die Befragung fand im Jahre 2013 statt und damit noch vor dem Großantisemitischen Wähle im Züge des Kasach-Konflikts Sommer 2014. Zwar scheint es einen Boden an antisemitischen Vorfällen zu geben, bei denen Muslime als Täter in Erscheinung treten, der qualitativ im Verhältnis zu anderen motivierten antisemitischen Straftaten nicht überproportional ist. Doch der Umstand, dass die Zahl mutmaßlich islamistisch motivierten antisemitische Straftaten regelmäßig signifikant zu steigen scheint, wenn es zu Eskalation hinaus Konflikt kommt, legt nahe, dass hier eine besondere Problemlage zugrunde liegt. Somit ist es nicht verwunderlich, dass der Vorsitzende des Zentralrats der Juden Josef Schuster bereits 2015 seine Bedenken zum Ausdruck brachte, mit dem zunehmenden Flücht Flüchtbewegungen aus dem Mittleren Ostern und Nordafrika ist ein Wachstum des Antisemitismus zu befürchten. Der aktuell vorliegende zweite Bericht des Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus bestätigt, dass 70% Jüdinnen und Juden in Deutschland diese Befürchtung teilen. Wobei aus der Studie auch deutlich hervorgeht, dass 84% der Jüdinnen und Juden davon ausgeht, Antisemitismus ist auch ohne Flüchtlinge in Deutschland ein Problem ist. Tatsächlich dürfen die meisten Fälle alle antisemitisch motivierten Straftaten und Diskriminierungen im Dunkelfeld verborgen bleiben, denn sehr viele Betroffene bringen antisemitische Vorfälle nicht oder nicht als solche zu anzeigen. Sie haben sich nach bekannt werden, dass antisemitischen Vorfällen an einer Friedenau Schule, nachdem eine jüdische Schule an eine andere Schule wechselte, weitere jüdische Eltern an das jüdische Forum gewandt. Wir haben mehrere Gespräche gehabt mit vielen Menschen und von ähnlichen Vorfällen wurde berichtet. Insofern sind die jüngst Bekannte bekannt geworden antisemitische Begriffe keine isolierten Einzelfälle. Vielmehr sind jüdenfeindliche Straftaten eine prekäre, aber alltägliche Normalität. An vielen Schulen, nicht nur in Berlin, gehört die Gebraucht des Wortes Jude als Schimpfwort, ebenso wie die Äußerungen antisemitischer Stereotype seit Jahren zum Alltagswirklichkeit. Dabei fällt es vielen pädagogischen Fachkräften und weiteren Akteuren die schulische und außerschulische Bildung und Jugendarbeit schwer, Antisemitismus als solche zu erkennen und ihm handlungssicher zu begegnen. Tatsächlich werden Vorfälle, in deren Antisemitismus als Motiv relevant ist, oft nur als alterstypische Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen wahrgenommen, bei denen antisemitische Beschimpfungen als eher zufällig gedeutet werden. Auch werden den Auskonflikt und der Politik der israelischen Regierung nicht selten ursächlich mit Judenfeindlichkeit assoziiert, obwohl diese auch Gegner der israelischen Regierung und oder Nicht-Israels betrifft. Nicht selten wird Antisemitismus, der von Tätern ausgeht, die sich als Muslime betrachten, als interreligiöse Konflikt gedeutet, auch wenn für die Feindseligkeit der religiösen Identität des Opfers unerheblich ist und die konkreten Täter weder eine Sure des Korans kannten, noch je in einer Moschee waren. Als Beispiel der Friedenauer Schule wird somit ein allgemeiner Bedarf deutlich. Handlungsfähigkeit gegenüber Erscheinungsformen des Antisemitismus in Alltagssituationen erfordert zunächst die Fähigkeit Antisemitismus als solche zu erkennen. Sie erfordert ebenso die Kenntnis gemeinsamer und übergreifend wirksamer Muster der Stereopädisierung, Diskriminierung und Ausgrenzung wie die Kenntnis der Besonderheit des Antisemitismus. Und sie erfordert eine ausgeprägte Handlungskompetenz im Umgang mit Diskriminierung in Allgemeinem sowie mit Antisemitismus in Besonderem, die über die bloße Ablehnung von Diskriminierung und die allgemeine Forderung nach gegenseitiger Toleranz hinausgeht. Denn Antisemitismus eben nicht bloß mangelnde Toleranz gegenüber den Juden. Antisemitismus motivierte Handlungen, die von Tätern ausgehen, die sich als Muslim und die Ablehnung von Juden als Teil ihrer muslimischen Identität verstehen, können keine vorgebliche jüdische Muslimfeindschaft gegenüber gestellt werden. Bildungsformate, die etwa mit Blick auf die israelbezogene Antisemitismus letztlich darauf hinauslaufen im Nahus-Konflikt nur mit allen Opfern auf beiden Seiten mit zu fühlen und Diskriminierung im Allgemeinen abzulehren, führen noch nicht zu einer Handlungsfähigkeit in der Auseinandersetzung mit spezifisch antisemitischen Stereotypen und Verschwörungsideologien. Deshalb arbeiten das Jüdische Forum in seinen Bildungsprojekten an der Entwicklung und Weiterentwicklung von Formaten, die einerseits der Auseinandersetzung mit Grundmuster, der Diskriminierung, Stereotypisierung und Ausgräzung fordern, andererseits aber auch der spezifischen Handlungsfähigkeit gegenüber Antisemitismus im Blick nehmen. In die Bearbeitung von Erscheinungsformen und gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit wird dabei eine jüdische Perspektive eingebracht. Für die jüdische Realität in einer multikulturellen Gesellschaft von heute und von morgen könnte es um mehr gehen als die Frage nach Möglichkeit der Bekämpfung von Antisemitismus. Es könnte um die Frage gehen, wird es in Deutschland eine Lebensrealität für Jüdinnen und Juden ohne Beschränkung in der Lebensgestaltung ohne Stereotypisierung ohne Gefährdung ohne Antisemitismus geben? Wird der restliche große Teil der multikulturellen Gesellschaft das unterstützen? Diese Frage möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Salomon. Ich möchte gerne erstmal, dass wir diesen thematischen Teil ein bisschen andiskutieren, bevor wir weiterkommen zu einem anderen Themenkomplex mit Michael Bodemann und mit Daniel Kranz, die dann auch auf die Identitätenvielfalt schauen. Amen Lange, Levi Salomon, Amen Lange beschreibt eine jüdische Realität zwischen der Mehrheitsgesellschaft einerseits, auch eine Instrumentalisierung durch die Mehrheitsgesellschaft, eine Überfokussierung der Mehrheitsgesellschaft und dabei auch Instrumentalisierung, so verstehe ich dich, mit diskriminierenden Wirkungen gegenüber anderen Minderheiten. Denn vieles, was du, wovon du sagst, wovon du sprichst, ist, zumindest wird es so gedeutet, wird so gesehen, ist eine Sache, also du hast ja selber geschrieben im Text, Moslems sind die neuen Juden, ja, eigentlich hier in Deutschland, also beschäftigt sich die Gesellschaft mit einem falschen Thema, ist das, also ein Thema, was ja nur die Fußnote ist, aber eigentlich ins Zentrum gehört? Ja, das funktioniert. Also im Text habe ich eigentlich nicht geschrieben, dass Muslime die neuen Juden wären, aber niemand hat den Text gelesen, nur den Titel, aber das ist ja üblich, im Text steht, dass Muslime nicht die neuen Juden sind, obwohl sie ähnlichen Ausgrenzungsmechanismen ausgesetzt sind, wie die Juden im 19. Jahrhundert waren. ganz oft wird das so angedeutet, als ob ich jetzt damit den Holocaust leugnen würde oder relativieren würde, dabei ging es im Antikel gar nicht darum, aber ist jetzt egal. Also ich persönlich interessiere mich nicht für Muslime, muss ich sagen, ich interessiere mich auch gar nicht für den Islam, mich interessiert einfach die gerechte Behandlung aller Minderheiten in der Bundesrepublik. Ich bin in Ungarn aufgewachsen, ich war in Ungarn auch politisch aktiv und ich habe gar nichts mit Muslimen zu tun gehabt. In Ungarn sah mein Aktivismus hauptsächlich in der Arbeit mit Roma aus, weil eben in Ungarn die Minderheit, die am häufigsten an Hass in der Öffentlichkeit, aber auch in unterschiedlichen sozialen Ebenen ausgesetzt ist, das ist die Roma-Community. Und ich als Jude, der aus einer gebildeten privilegierten Familie kommt, wollte einfach meine Solidarität mit den Roma ausdrücken. Und jetzt in Deutschland mache ich das Gleiche, nur eben nicht mit den Roma, oder nicht nur mit den Roma, sondern hauptsächlich mit Muslimen. Und warum es für mich damals wichtig war, über diese Ähnlichkeiten zwischen dem Antisemitismus des 19. Jahrhunderts und zwischen dem antimuslimischen Rassismus von heute zu sprechen, ist eben, dass wir verstehen, dass all diese Argumente, all diese Diskurse über eine angebliche Islamisierung Deutschlands, über eine angebliche rückständige Religion, all diese Diskurse existierten schon im 19. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert hatten die Deutschen Angst vor einer Verjudung. Das ist ein Wort, das tatsächlich von ganz vielen deutschen Intellekten verwendet wurde. und sie haben das Judentum als die rückständige Religion beschrieben und so weiter. Es gibt nichts Neues unter der Sonne und das ist einfach mein Punkt. Und wenn wir das nachvollziehen können, dass dieser Hass eigentlich der gleiche Hass ist, nur eben jetzt gegen eine andere Gruppe richtet, dann werden wir vielleicht auch kritischer diesem Hass gegenüber sein. Herr Lange, wenn Sie sprechen über antimuslimischen Rassismus, dann bin ich bei Ihnen. Dann, wenn Sie sprechen, wir müssen das bekämpfen, antimuslimischen Rassismus, dann bin ich bei Ihnen. Ich bin mit meinen Kollegen ständig auf die Straße und versuchen, dass es die Rechte, dass es die muslimischen Menschen und die anderen Menschen durchsetzen und unterstützen und so weiter. Wenn Sie schauen, das ist die Seite von jüdischer Form, wir sind ständig unterwegs und wir ständig beobachten Rechtsextremen, Rechtspopulisten und so weiter. Wo ich bin, überhaupt nicht bei Ihnen, wo ich finde, es ist die Mangel der Kenntnis vielleicht, das ist auch, aber es ist gut, bei vielen Menschen ist meine Meinung nach, das ist diese Kenntnis, weil wo wird, das ist die Gleichsetzung gesetzt, wie Sie haben das gesagt, muslimähnliche Ausgrenzung, Mechanismen wie die Juden nach 19. Jahrhunderten, eben nicht, nicht mal geringste, es ist die neue Form, wenn wir sprechen über Rassismus, ja, die Muslime, das ist viele Muslime sind ausgesetzt, diese rassistische Tendenzen, aber Antisemitismus, es ist keine Form, das ist von Rassismus, es ist ganz, ganz anderes. Im 19. Jahrhundert wurden antisemitische Parteien gegründet, im 19. Jahrhundert, das ist die Mitglieder, dass diese Parteien saßen, das ist im Parlament, in deutschen Parlamenten, im 19. Jahrhundert, wir haben, das ist die Treitschke-Debatte, Marwir haben das gehabt und wir haben das gehabt, dass jüdische Menschen, welche haben, das ist nicht gleiche Rechte gehabt, wie der Rest, das ist die Bevölkerung. Ein berechtigter Einwand wäre, zu fragen, ob AfD nicht auch eine antimuslimische Partei ist, obwohl sie sich doch ständig abarbeiten an Moslems. Ich habe das irgendwann gesagt, dass wenn AfD kommt zur Macht, dann jüdische Menschen mit Muslimen zusammen müssen das die Koffer packen und Land verlassen. AfD ist eine Partei, wo meiner Meinung nach, dass es kommt, dass es gewisse Gefahr von dieser Partei. Aber AfD ist es nicht die Partei, das ist welche vergleichbar zu diesen antisemitischen Parteien im 19. Jahrhundert. Das ist ganz, ganz anders. Und das kann man nicht mal geringste vergleichen. Darf ich kurz reagieren? Du kannst gerne, aber danach würde ich gerne doch in die jüdischen Realitäten vom Jetzt kommen, nach diesem geschichtlichen Exkurs. Ich werde ein bisschen lustig darauf reagieren. Wisst ihr, wo der erste internationale Kongress der Antisemiten stattfand? Der erste internationale Kongress der Antisemiten hieß so 1896 Dresden. Und wir sprachen jetzt über Parallele. Ich habe nichts gegen Dresden, es ist eine wunderschöne Stadt, echt. Und es gibt eine sehr gute Bäckerei in der Innenstadt. Begida, der Dreischke von heute heißt Sarrazin. Ich stimme euch sehr gut zu, dass die AfD tatsächlich eine Antisemitismus, oder ich weiß nicht, ob du das so formuliert hast, aber es gibt ein ganz klare... Entschuldigung, das ist für mich wirklich nicht akzeptabel, sowas zu hören. Gut, also sozusagen das ist eine geschichtliche Frage und da brauchen wir einen Historiker oder Historikerin, die uns aufklärt. In der Tat, sogar wenn es vergleichbar wäre im 19. Jahrhundert, was sagt es uns über die Situation von jetzt, also um das jetzt hierher zu bringen. Und es ist in der Tat so, dass die Wahrnehmung und die Ängste der jüdischen Bevölkerung, wenn wir über die jüdischen Realitäten sprechen, und das muss man auch sprechen können, schon sozusagen richten auf eine Bevölkerungsgruppe, die vermehrt und gerade jetzt natürlich mit vielen migrantischen Menschen, die hierher kommen berechtigterweise aus berechtigten, klaren, humanitären Gründen, aber die kommen natürlich aus bestimmten politischen Räumen und bringen bestimmte Ideologie, die zum Teil anti-israelisch, aber auch zum Teil, weil sie wenig Erfahrungen hatten mit Juden, anti-judisch ist. Ich weiß, dass auch sozusagen von dir kommt eine Behauptung, man kann in Neukölln als Jude erkennbar laufen und so weiter, man wird akzeptiert, viele jüdische Menschen machen andere Erfahrungen. Also ich habe nie gesagt, dass wenn du jetzt mit einer Kippa in Neukölln rumläufst, kein Opfer von Antisemitismus werden kannst, natürlich ist das möglich und das werden auch in Neukölln antisemite Straf- und Gewalttaten begangen, aber der Punkt ist einfach, dass gleichzeitig es auch Juden gibt, die Tag für Tag in Neukölln mit einer Kippa rumlaufen und sie machen Erfahrungen mit dem Antisemitismus, aber sie machen Erfahrungen mit dem Antisemitismus auch in anderen Bezirken von Berlin und nicht Lesen Sie Zahlen und Statistiken, einige Zahlen und Statistiken, ich habe das in meinem Vortrag schon gehalten. Gut, also ich glaube, das haben wir jetzt sozusagen als Anlauf gut ausdiskutiert und jetzt gehen wir zu den Akademikern unter uns, akademischen Forschern unter uns, also weg von der Straße, weg von bücherschreibenden Studenten und Aktivisten, wir haben Michael Bodemann, der wurde ja vorgestellt, ein Professor, der hier in Berlin und in Kanada forscht und arbeitet und er hat sich Gedanken darüber gemacht, wie sozusagen, was sind die ideologischen Funktionen und ideologischen Gehalte, die jüdische Menschen hier in dieser Gesellschaft entweder selber anwenden, erarbeiten, mit sich tragen oder von dieser Gesellschaft denen auch zugeschrieben werden. Michael Bodemann, du hast jetzt zehn Minuten, um darauf zu... Achso, wir haben nur zwei. was heißer. Geht das so? Ja, also ich möchte jetzt direkt in die Jetzt-Zeit einsteigen und... Zumindest ein bisschen näher als 19. Jahrhundert. Ja, ja, absolut, total, ganz, ganz nah und ich zitiere deshalb das Folgende hier. Die Juden dürfen nicht verfolgt, nicht getötet, ja nicht einmal vertrieben werden. Deswegen sind sie in alle Gegenden zerstreut worden. Damit sie Zeugen unserer Erlösung sind, werden sie überall die gerechten Strafen für eine solche Untat büßen. Sie ertragen harte Gefangenschaft unter den christlichen Fürsten. Das ist ein Schreiben von Bernard von Clairvaux aus 1146. Und ich will argumentieren, also ganz genau, weil genau diese Haltung, die völlig uns bis heute trägt und ich beschreibe das als ideologische Arbeit, die Minoritäten performieren, veranstalten für die Gesamtgesellschaft. Und jetzt gehen wir ein bisschen näher ran an die Jetzt-Zeit und zwar will ich das jetzt ein bisschen exemplarisch darstellen für die jüdische Gemeinschaft heute, das heißt genau nach 1945 und wie konstituierte sich damals die jüdische Gemeinschaft in Deutschland, Westdeutschland vor allem jetzt hier nach 1945. Ja, da war ein Rabbiner Weinberg, der Rabbiner im Osten war und dann später in Österreich in den PP-Lagern kam nach Frankfurt und sprach von einem fremden asiatischen Volk, nämlich den Juden, die in Deutschland jetzt kampierten im Grunde, nämlich den Juden. Ähnlich war diese Grundstimmung vor 1949-50 anderweitig auch zum Beispiel der neu gegründete Zentralrat, die Funktionäre, die leitenden Funktionäre dort sprachen zum Beispiel davon, nachdem sie beschrieben haben, wie die Aufbauarbeit in Palästina, Israel gerade stattfand, so gilt unser erster Gruß zum Jahreswechsel den verantwortlichen Männern unserer Regierung im Heiligen Land der verehrungswürdigen Gestalt des Staatspräsidenten Professor Weizmann und dem von dynamischer Schaffens gefreut erfüllten Ministerpräsidenten Ben-Gurion und so weiter. Mit anderen Worten, die Identifizierung war völlig abgehoben von der deutschen Situation selber und ich würde behaupten, dass erst dann anschließend eine ideologische Arbeit für die jüdische Minorität stattgefunden hat und zwar wurden eingestellt im Kampf gegen die spätnazistische Phase nach 1945 die ungefähr 15 Jahre gedauert hat wenn man an Leute wie Klopke Oberländer und so weiter denkt die damals in der Regierungsfunktion waren. Gleichzeitig allerdings zu der Zeit hat sich Folgendes herausgebildet eine zweiarmige Formierung der jüdischen Gemeinschaft nämlich einerseits die vor allem aus dem Osten kommenden Displaced Persons in einen Kokon abgeschlossen von der deutschen Gesellschaft sich eine neue Formation herausgebildet haben und andererseits die deutschstämmigen Juden die zum Teil zurückkamen und ein Engagement mit der deutschen Gesellschaft damit begonnen hatten allerdings um das erst möglich zu machen gab es interessanterweise 1949 eine sogenannte Heidelberger Konferenz mit John McLeod dem High Commissioner der sagte nein Juden und diese Leute waren natürlich vor allem daran orientiert aus Deutschland wegzugehen nach Palästina Israel USA und so weiter und dieser amerikanische High Commissioner sagte nein Juden müssen in Deutschland bleiben als Lackmustest für die deutsche Demokratie und die Funktion die Juden damals übernommen haben für die restlichen Jahrzehnte erst mal als Mittel als aktives Mittel gegen den Narzissmus denn wo Juden sind können ja keine Nazis sein das war die Argumentation der Lackmustest für die deutsche Demokratie zweitens die Verreligiosierung des Diskurses im Westen DDR war das anders zum Beispiel wenn man daran denkt wie die Beschreibung von der Kristallnacht das waren nur Attacken gegen die Gotteshäuser nicht aber gegen bürgerliche irgendwelche normalen Bürger in der Stadt dann dann drittens als internationale Brücke zu Public Relations nach draußen zwischen Deutschland und außerhalb USA vor allem und dann natürlich die vierte Funktion im Sinne von ideologischer Arbeit die ganze Entwicklung des Gedenkens diese Entwicklung dieses Gedenken in dieser Form ging ungefähr bis 1989 mit dem Fall der Mauer hat sich etwas anderes aufgetan nämlich ungefähr gleichzeitig zu diesem Fall der Mauer wurde die Sichtbarkeit der Muslime viel stärker ans Gewicht auch die Transformierung der Identität vor allem der türkischen Muslime nicht mehr als Türken per se unbedingt sondern als muslimische Türken ja und in dieser Situation hat sich dann auch eine neue ideologische Arbeit der Juden stattgefunden und hat sich herausentwickelt und zwar der eben das wie es vor allem auch aus Bayern wieder neulich gehört hat das christlich jüdisch abländische also die guten anderen sind da integriert das christliche Paradigma und die Muslime auf der anderen Seite mit einer Worte würde ich sagen da ist dann ein Kussi dann auch gerade wenn wir die friedenahe Situation auch gerade sehen die die ihr beschrieben habt ist da eine Form von rassistischem Antirassismus nämlich da mit anderen Worten es gibt einen Rassismus erster Klasse und einen Rassismus zweiter Klasse und ich habe gerade zufälligerweise diesen Artikel des Süddeutschen war ein im Grunde guter Artikel über die Friedenauer Situation Riesenaufmacher auf der dritten Seite über den Fall des jüdischen Schülers in Friedenau der dann die Schule da verlassen musste weil er trangsaliert wurde die Frage ist den guten Artikel kann ich nur empfehlen aber die Frage ist wann wird ein derartiger Artikel in diesem Format über einen diskriminierten muslimischen Jungen zum Beispiel dargestellt andere Mikro ach so das hier das hier ist besser ok sie brauchen auch nicht ganz dicht drangehen ganz normal stehen davor naja das im Grunde danke darum geht es im Grunde ja mit anderen Worten dass heute Juden diese ideologische Arbeit performieren als die guten anderen die integrierbar sind wohingegen dann die Muslime und andere Minoritäten ebenfalls nicht integrierbar sind darum geht es im Grunde das wäre es meine initiale These hier vielen Dank eine interessante These also die davon ja ausgeht dass sozusagen die jüdische Minderheit in Deutschland gerade in Nachkriegsdeutschland immer eine ideologische Arbeitsaufgabe hatte die von der deutschen Gesellschaft denen auch zugeschrieben zugewiesen wurde ob das sozusagen ein Instrument der Vergangenheitsbewältigung oder Projektionsfläche der Vergangenheitsbewältigung oder ein Test für Demokratie und eben nach dem Fall der Mauer und jetzt gerade in diesen Zeiten ist diese Aufgabe die den Juden zugeschrieben wird ist wie Professor Bodermann sagte die gute Minderheit zu sein als Gegenpol als Gegenbild zu den schlechten Moslems und damit sozusagen zu diesem christlich-jüdischen Mythos von einem christlich-jüdischen Abendland beizutragen in dieser sozusagen Arbeitsmatrix die wir hier sehen da fehlt noch eine interessante Entwicklung und das ist die Entwicklung das wir hier in dieser jüdischen Realität sehen ist dass wir immer mehr Israelis haben hier in Deutschland und gerade in Berlin dass es immer mehr Menschen gibt die eigentlich anscheinend keine Angst haben hierher nach Deutschland zu kommen und wahrscheinlich auch keine Sorgen machen vor jeglichem neuen neu entflammten Antisemitismus oder sie haben andere Motive warum kommen sie wie viele kommen sie und was wollen sie hier eigentlich ja danke sehr geil frage ich mal Daniel Kranz die Senior Fellow ist an verschiedenen Institutionen also Mekon hat sie ja auch schon vorgestellt aber das ist auch jemand die ganz führend ist in Deutschland bei Fragen der Identität der jüdischen Identitäten und auch bei der Frage die ich ja aufgeworfen habe was wollen Israelis in Deutschland ja danke dir es mal sei ladies last im Moment aber der gründer Abschluss weiß dass Helle Kugelmann immer noch auf dem Weg hierher ist ja gut ich meine die Transportmittel in diesem Land sind ja teilweise sehr denkwürdig womit Israelis übrigens nicht rechnen die sind immer voll schockiert wie schlecht die Züge eigentlich funktionieren haben dann Angst der Zug kommt nicht ja ich meine ich freue mich wenn der Zug überhaupt kommt also wenn er zehn Minuten zu spät kommt beeindruckt mich das nicht ja wir fangen jetzt nicht mal über Russland Russen zu sprechen wir erwarten gar keine Züge dass sie überhaupt kommen ja gut da kann ich mithalten aber die israelische Bahn ist besser als die deutsche die sind auch billiger ich habe ja immer viel an Israel auszusetzen aber ich wusste gar nicht dass es eine Bahn gibt da hinten sitzt der Experte Walter Rothschild der kennt sich da aus und da sitzt auch der Eli der ist vielen Dank dass du noch gekommen bist die kennen die Züge auch in dem Land so ja also erstmal deine allererste Frage die Anzahl der Israelis die ist anscheinend ja total spannend weil irgendwie Judenzellen ist insgesamt immer spannend in Deutschland also es gibt nur 12.835 israelische Staatsbürger in Deutschland und wenn man den Mikrozensus befragt dann kommt man auf 16.000 und die Zahl die war so klein die durften mir die Datei überhaupt nicht schicken weil sonst die Privatsphäre überhaupt nicht mehr gewährleistet werden kann und dann mit all den Leuten die unter dem Radar fliegen sind es also ungefähr 20.000 das heißt wir reden also im Grunde über eine ganz ganz kleine Gruppe und das Gros ist auch erst seit den 2000ern eingewandelt also 2005 2006 ungefähr es ist meistens eine dritte Generation also nach 1974 geboren und es sind zu über 80% verorten die sich als Aschkinder sieben also wenn es jetzt also nachfahren europäischer Juden da kann ich aber in der Diskussion was zu sagen weil ich glaube was also bei weitem interessanter ist da immer wieder Juden und Muslime aufgeworfen wurden also was mich jetzt besonders interessiert daran sind eigentlich was ich als deutsche Zustände beschreiben würde und da würde ich auf den Begriff von Sigmund Baumann zurückgreifen das ist ein leider verstorbener britisch-polnischer Soziologe der hat den Begriff des Allosemitismus geprägt und das heißt es in der Öffentlichkeit in der öffentlichen Sphäre ganz konträre Bilder von Juden existieren von einem ganz extremen Philosemitismus bis einem ganz extremen Antisemitismus und das Juden Projektionsflächen sind vor allen Dingen in christlichen Gesellschaften also er hat über christliche Gesellschaften geforscht über Arabische könnte ich sich 100 pro sagen das liegt auch daran dass ich nur Basis-Arabisch kann aber was mein Freund mir gezwungenermaßen als Zuarbeiter übersetzt also da gibt es auch durchaus ja der muss dann auch schon mal mitarbeiten ja bei den bei mangelnden Forschungsgeldern ist das so da implementiert man dann auch die eigene Familie gerne mal das heißt also das was immer wieder angesprochen wurde dass also dieses jüdisch-muslimische Verhältnis vor allen Dingen problematisch ist da können wir forschungsmäßig im Moment teilweise empirisch noch nicht wirklich viel drüber sagen weil wir einfach die Daten nicht da haben also wenn irgendwer von Ihnen Forschungsgeld hat die nehmen wir immer gerne was ich aber denke also diese deutschen Zustände die ich angesprochen hatte und das ist was wo wir also empirisch was zu sagen können also dieser Alusemitismus der sollte eigentlich im gesamten Aluismus ausgeweitet werden weil es gibt auch gleichzeitig total konträre Vorstellungen von Muslimen in der deutschen Mehrheitsgesellschaft also was halt Sigmund Baumann entworfen hatte also Anti-Alo-Semitismus das ist also quasi diese total konträre Vorstellungen über Juden und ich würde sagen die gibt es über andere Minderheiten auch und das unterliegt eigentlich sehr dem Zeitgeist also welche Gruppe da als besonders relevant angesehen wird und in Deutschland in der deutschen Mehrheitsgesellschaft sind Juden aufgrund der Geschichte immer äußerst relevant obwohl wie gesagt es sind also Levi hat es ja gesagt ungefähr 200.000 Leben in Deutschland dem schließe ich mich also an das ist eine Schätzung die Micha und ich also auch ungefähr treffen und eben dann nur 20.000 Israelis obwohl das sind insgesamt Staatsbürger also wie viele von denen jetzt Juden sind wie viele Muslime weiß ich nicht weil der deutsche Staat diese Daten wirklich nicht registriert und was ich aber denke was wir unbedingt untersuchen sollten das wäre also eine multiangulierte Empirie die sich also diese verschiedenen Gruppen anguckt wie die eben auch ideologisch belegt werden weil wir haben also ganz ganz starke ideologische Belegungen und das sind halt diese Gruppen arbeiten sich aneinander ab also deutsche Nichtjuden an Juden und Muslim Muslime an Juden Juden an Muslim und gerade darüber wissen wir sehr sehr wenig aber ich denke dass das also in der multikulturellen Gesellschaft das ist ja auch der Titel der Veranstaltung von äußerst Notwendigkeit ist ja und dann eben die Vorstellung dass Juden integrierbar sind da gebe ich Micha recht also die existiert definitiv und Juden werden auch immer gerne als eine Parademinderheit jetzt hervorgehoben was natürlich auch mit spezifischen Strukturen der hier existierenden oder lebenden Juden zu tun hat Juden sind im Allgemeinen extrem unauffällig in dem Sinne sie fallen halt also die wenigsten Juden in diesem Land sind also religiös praktizierend denke mal der Rabbiner und der Rabbinatsstudent werden mir da wahrscheinlich zustimmen dass die Observanz der hier lebenden eher gering ist und von daher kleiden sie sich auch in keinster Form auffällig das heißt also im Gegensatz zu Muslimen werden sie nicht als anders wahrgenommen das Gros aller Juden die hier leben sind Aschkenazim also europäischer Herkunft sie werden als weiß wahrgenommen das sind alles Parameter die halt dazu führen dass man Juden als nicht mehr so fremd sieht allerdings platt gesprochen ist jetzt das Wissen weißt du nicht bist du nicht weiß du wirst du wirst man du hast noch ganz andere Vorteile wir können darüber ich will dich nicht unterbrechen aber das bedeutet ja das ist ja kein Vorteil dass man nicht auffällt bei Antisemitismus das ist ja gerade ein Bestandteil der antisemitischen Einstellung dass Juden nicht erkennbar sind aber in Wirklichkeit regieren sie die Welt das ist ja und da ist der Unterschied zu Rassismus und da ist in der Tat der Unterschied zu Rassismus der sozusagen nicht zum Vorteil der betroffenen Minderheit na gut da hast du recht ich meine also ich finde mal von Zeitzeit sollte ich mal mit so einem richtig guten Antisemiten reden damit ich weiß wie mächtig ich bin und was ich eigentlich alles drauf habe ich kann ein Antisemiten für dich spielen ich weiß wie sie denken ja und ich denke also dass das eigentlich jetzt eine unserer Hauptaufgaben wäre also zu im Grunde halt diese Multiangulierung der Fremdwahrnehmung und der Projektion eben auch zu erarbeiten weil das also da können wir eben sehr viel sehen über Mechanismen von Rassismen und eben auch von verschiedenen Rassismen also der Aussage dass jetzt Antisemitismus ganz anders ist als jegliche Art von Rassismus stimme ich also nur bedingt zu aber gerade dieses Bedingte müssen wir herausarbeiten können wir müssen also sehen wo sind die Unterschiede und vor allen Dingen gibt es irgendwas was jetzt wirklich gruppenspezifisch ist weil wir wissen also das Antisemitismus ist natürlich kulturspezifisch geprägt allerdings ist die Frage inwieweit und inwieweit wird da aus welcher Kultur was übernommen weil das Goala Muslime ist eben in Deutschland geboren und aufgewachsen da ist die Frage wenn die Antisemitismus ausdrücken kommt das aus der Kultur der Eltern was man ja immer mal wieder annimmt oder ist es ein guter deutscher Antisemitismus den die quasi im Rahmen ihrer Integration sich dann erarbeitet haben ja das ist was was ich das ist also es ist eine ernst gemeinte Frage ich weiß es ehrlich gesagt nicht weil es ist also man kann in der Bildungsarbeit kann man eigentlich sehr deutlich sehen dass man also die diversesten Gruppen die eben rassistisch sind durchaus erreichen kann aber man muss eben auf sie eingehen auf ihre kulturspezifik so zehn Minuten ich bin fertig nein aber das ist doch toll dann können wir ja miteinander sprechen also tolle Leistung zehn Minuten und was für zehn Minuten muss man sagen tolle zehn Minuten vielen Dank so und trotzdem und trotzdem möchte ich möchte ich nachhaken also du sagst es gibt keine empirische sagen vielleicht im hochwissenschaftlichen Sinne keine empirische Beweise dafür dass es eine bestimmte Prägung des Antisemitismus vielleicht ein mitgebrachter Antisemitismus aber schaut ihr den Fall in Friedenau an ja das ist ja da steht ja exemplarisch ich verstehe das wir reden jetzt nicht sozusagen über die große Zahl und über die empirischen Studien aber wenn wir jetzt schon sozusagen über konkrete Fälle sprechen dann wird da natürlich wenn man jetzt mit dem Jungen redet und mit seinen Eltern und die erzählen was dem Jungen gesagt wurde das ist doch ganz klar dass das nicht sozusagen klassischer Antisemitismus wie wir ihn hier auch in Deutschland kennen es ist auch nicht der Rassismus der nationalsozialistischen Ideologie wie deutsche Richter sagen würden sondern das ist ein ganz klarer Bezug zu den Bildern die wir im Nahen Osten haben ich gebe dir da recht ich habe mit denen geredet als gute Empirikerin du weißt ja ich rede dann gerne mit den Leuten die sind auch toll ja ja nein die waren das aber was die Mutter ganz klar gesagt hat ist die Diskriminierung gegen ihren Sohn war antisemitisch aber in dieser Schule gab es eine ganz krasse Diskriminierung gegen Schwarze das heißt man scheint da ein ganz spezifisches Klientel zu haben warum ihr Sohn das so abgekriegt hat wusste sie natürlich selber nicht das ist auch ich denke jeder der jemals von Rassismus betroffen war der fragt sich das dann nämlich schon warum gerade ich und bei dem war in der Tat die Verwirrung da ist der Jude oder ist der Israeli und an ihm als Juden wurde der Antis der wurde ja durchaus vom Nahostkonflikt betroffen aber ich meine was ich viel ich meine was die Schüler gemeint haben finde ich katastrophal aber was ich genauso katastrophal finde ist die Reaktion der Eltern und der Lehrer das ist ja ein Totalversagen das ist ja auch ein totales ich setze mich nicht damit auseinander was da abläuft also ich habe den Brief gelesen was die Eltern geschrieben haben und das wurde dann eben was Armin ja sagt das wurde dann als ein interreligiöser Konflikt umdefiniert was totaler Quatsch ist wir reden da über Gegenwartsbeziehungen allerdings als jemand der im deutschen Bildungssystem arbeitet oder auch leidet ich frage mich halt teilweise was da in den Schulen alles falsch läuft also ich meine wo ist denn da bitte die Aufklärung und der Unterricht ich meine die sind wahrscheinlich genauso unterbesetzt wie wir es in den Unis sind aber da sehe ich also auch schon mal Manko danke ich übergebe an aber ich werfe bevor ich übergebe es tut mir leid ich bin ein etwas aktiverer Moderator als man vielleicht erwartet aber aber ein Manko ein Manko und eine Schwierigkeit die auch mit den Eltern weil ich einfach mit diesem Fall befasst wurde klarkommt ist dass es eine Unmöglichkeit ist über diesen Antisemitismus konkret zu sprechen den zu isolieren den zu präparieren als sozusagen einer aus einem bestimmten kulturellen Kontext ist auch kommender Antisemitismus weil es kommen dann immer wieder Sachen wie ja aber diese Jugendliche werden ja selber diskriminiert diese Jugendliche gehören ja selber einer Minderheit die sich vielleicht viel schlimmer sozusagen fühlt und sie fühlen sich benachteiligt und so weiter und so fort also es entsteht hier eine Konkurrenz von verschiedenen Minderheiten und es kommen dann Zitate wie Zitate von Armin die in diesem pädagogischen Kontext vielleicht auch problematisch sind und da gucke ich Armin an und er soll mir erklären wie er mit sowas umgehen würde dass jemand sein Buch aufschlagen würde und in einem solchen pädagogischen Kontext wo es um Grenzen ziehen geht das nicht verschwimmen lässt in der allgemeinen sozusagen kritischen Zustandbeschreibung unserer Gesellschaft Das ist ja Teil von diesem Aluismus das sind deutsche Zustände und ich meine um jetzt für Armin in die Bresche zu springen ich werde genauso häufig aus dem Kontext gerissen also je nachdem was ich sage ich bin ja alles von Palästinenser Versterbis Antisemit bis irgendwie guter Israeli also je nachdem wenn du gerade mal fragst und das ist das halte ich also auch für ganz gefährlich wie wir also aus dem Kontext gerissen werden Danke Amen ich bin schon daran gewöhnt also was ich mache also ich bin tatsächlich regelmäßig Schulbesuche und nicht nur in Neukölln auch in anderen Bezirken von Berlin sogar auch in anderen Städten von der Bundesrepublik und das ist genau was ich mit den Schulbesuchen erreichen will dass die Schüler dazu kommen zu reflektieren dass ich als ein Berliner JIT keinen Einfluss darauf habe was im Westjordanland und in Gaza abläuft und das ist der Punkt einfach und also es gibt Klassen die ich teilweise ein halbes Jahr lang begleite und über 90% der Schüler kommen aus Palästinensischen oder libanesischen Familien und natürlich ist die erste Frage die ich erhalte wie stehst du zum Nahostkonflikt und dann ich weigere mich eine Position einzunehmen ich will damit nichts zu tun haben ich bin einfach Amen 26 Mann Berliner JIT der ZIT aber nur weil ich Jude bin muss ich keine Position zum Nahostkonflikt haben und ich sehe tatsächlich eine Chance nicht bei allen natürlich aber es gibt jetzt auch eine Dokumentation darüber über eine Schulklasse die ich ein halbes Jahr lang begleitet habe die könnt ihr alle im Museum Neukölln euch anschauen und da kann man tatsächlich sehen dass am Anfang der Schüler er hieß Ahmed kommt aus einer palästinischen Flüchtlingsfamilie der mich noch mit dem Nahostkonflikt konfrontiert hatte am Ende mit mir nur darüber redet wo man am besten das beste Falafel in Neukölln kaufen kann und wir schreiten darüber wo der beste Falafelladen in Neukölln ist wir sind unterschiedlicher Meinung jetzt sind die Israelis auch aufgewacht mehr davon sollte eben in den Schulen passieren ich meine gerade der Artikel aus der Süddeutschen über den Fall zeigt sehr klar die völlige Unfähigkeit an vielen Schulen um mit Rassismus und Anisemitismus umzugehen ich sage das deshalb weil in meiner Heimatstadt Toronto eben das wirklich eine ganz andere Sache ist wie die Juden damals sagten bei uns zu Hause aber so ist es jedenfalls hier nämlich dass in den Schulen der stolz geweckt wird die eigene Kultur die eigenen Feiertage und so weiter in einem Klassenzusammenhang zum Beispiel darzustellen und alle diese Minoritäten und deren Kulturen irgendwie hervorzuheben das passiert eben hier nicht das ist das große Problem werden wir wesentlich gelöst die Fahrt des Problems als Rassismus allgemein innerhalb dessen natürlich Antisemitismus dann auch funktioniert in der besonderen Weise wie alle Rassismen speziell funktionieren wir haben in Kanada dann natürlich das Problem von den Aboriginals die im Grunde eine ähnliche Funktion also eine Kernfunktion eine Negativfunktion haben wie ideologische Arbeit wie das wir hier beschreiben über Türken oder Muslime und Juden andererseits oder die schwarzen wenn ich darf das etwas sagen eigentlich nicht aber bitte danke Rassismus ist es schlimm es ist wirklich schlimm alle Formen von gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeiten ist es schlimm und kann man nicht sagen dass es Antisemitismus schlimmer oder Muslimfeindschaft ist es schlimm antimuslimischer Rassismus alles ist schlimm es ist die Faktor es gibt es die Unterschiede und wenn wir wollen dass es bekämpft antimuslimischer Rassismus dann wir müssen dass es die Instrumente einsetzen zur Bekämpfung antimuslimischer Rassismus wenn wir wollen das Antisemitismus bekämpfen dann wir müssen das Instrumente einsetzen zur Bekämpfung Antisemitismus und die Instrumente die teilweise ähneln sich aber im größten Teil dass es sie unterscheiden sich und das ist das die Problem wenn ich spreche dass es über Antisemitismus und Unterschied zu Rassismus ist es ganz einfach ganz einfach und es ist auch ganz schwer zu verstehen und zu begreifen ich erkläre was ich meine 2014 auf die Straße hier in die Nähe das ist ein Potsdamer Platz eine kleine Mädchen eine arabische Mädchen vermute mal muslimische Mädchen während einer Kundgebung mit Mehlkreide malt eine Teufel mit Davidsstern dann malt sie einen weiteren Teufel einmal einen weiblichen Teufel einmal männlichen Teufel ich frage mich wie kommt das ein muslimisches Mädchen malt einen Teufel Teufel es ist ein Element aus christlichem Antisemitismus das kennen im Islam das gibt es sowas nicht aber es ist Transfers stattgefunden Transfer ist es da seit 1840 das ist wir wissen das ist die im Damaskus das wir waren das ist die erste antisemitische Pagromme das ist organisiert das damals von französischer Botschaft und etc und weiter im Züge das ist die Protokollweisen von Zion im Züge das ist die Vichy Regime das ist in Zeiten des Zweiten Weltkriegs und etc etc Transfer und bis heute zu Tage das ist Transfer Transfer geschieht aber jetzt müssen wir das verstehen was ist das Antisemitismus oder Antijudaismus auf was aufgebaut ist der Antijudaismus und was kommt nicht bei antimuslimischer Rassismus bei Antisemitismus oder religiöse Antisemitismus religiöse Judenfeindschaft es gibt das ist eine Jude als Gottesmörder die Juden das zentrale Motiv ist das Gottesmord und bei diesem Motiv das wird auch gesagt die Juden haben das liebe Gott ermordet die Juden haben das Jesus ermordet wer kann das als Jesus ermorden wer kann das als Gott ermorden Gott ist kein Mensch Gott ist allmächtig wer ist das Pandom zu Gott Pandom zu Gott ist das Teufel also die Juden sind von Teufeln und die Juden haben sie das ist die Gott ermordet und demzufolge alle teufelische eingeschafften das werden zu Juden zugeschrieben und das ist weiter wenn wir schauen das ist diese alle Stereotypen und Mythen was wir kennen aus Mittelalter woche Jude das ist die Jude das ist welche Teufel welche will das ist die ganzen Welt versklaut Ritualmorde Kindesmordlegende und etc. sie diese Motive die kommen bis heute nach und die kann man ganz klarer Linie bei antimuslimischem Rassismus das kommt nicht vor bei antimuslimischem Rassismus das kommt so wie bei vielen Formen von Rassismus da muss man das auch sehr sehr viel ich habe nicht so viel Zeit zu unterschieden zu erzählen aus meiner Sicht aber da gibt es es auch sehr viele aber es ist immer was ist die Unterschiede was ist die schwarzen Menschen Daniel du wolltest du hast du wolltest was sagen und dann öffnen wir da gibt es da gibt es schon ganz gute Forschung drüber also Gil Anijar ist da eigentlich derjenige der ziemlich Gutes dazu gesagt hat in Bezug auf das Juden und Araber und Araber steht dann eigentlich ein für Moslem als die als das Gegenstück zu christlichen Europäern konstruiert wurden und das ist ja was was mein Kollege Thomas Hauschild über die deutsche Anthropologie gesagt hat also Juden wurden in der deutschen Anthropologie eigentlich nie erforscht weil die die fielen aus dem Raster raus und ich meine historisch gesehen gibt es ja auch erst seit nach dem Zweiten Weltkrieg also genau genommen seit 59 seit dem Wirtschaftswunder eine muslimische Massenmigration nach Europa also nach Deutschland genauer gesagt während die umgebenden Länder haben eine andere Kolonialgeschichte und da muss man halt auch sehen was überhaupt die Zeitverläufe sind und was sich dadurch eben auch für Konstellationen ergeben haben und jetzt haben wir natürlich über mediale Wege haben wir ja noch ganz andere Verbindungen die Stadt finden also ja wir öffnen außer Sie machen es kurz was du sagst über das teuflische und so weiter das stimmt natürlich völlig auf der anderen Seite muss man sehen dass das muslimische das radikal andere gegenüber der christlichen Welt war das war eine totale Schranke und das ist nicht weniger radikal als irgendwelche Gottes Konnotationen und so weiter Gottesmord ist natürlich eine spezifische antisemitische Konnotation und Muster im Antisemitismus also das gibt es in der Tat beim Muslimen nicht aber da gibt es natürlich auch mit Freud und mit anderen da gibt es auch verschiedene andere Muster nicht nur Gottesmord im Rahmen von Antisemitismus als Phänomen wir öffnen jetzt für alle die mögen und bitte wenn Sie eine Frage stellen dann denken Sie an Mekonnen ja weil Mekonnen hat gesagt kontrovers aber konstruktiv ja wir haben irgendwie so einen Mangel an Mikros hier vorne und unten auch also uns fehlt ein Mikro und unten auch also wir haben jetzt wir haben jetzt drei Mikros für fünf Leute hier oben ja super und vielleicht kurz vorstellen danke super ja danke erstmal an die Runde Juliette Bruns von der Stiftung SPI ich möchte gerne keine Frage stellen sondern reagieren lieber Herr Bodemann lieber Professor Bodemann nach über zehn Jahren Professor Doktor Bodemann nach über zehn Jahren in den USA Frau Doktor Bruns möchte ich einerseits sagen natürlich ja ihre Anmerkungen in Toronto sind die Verhältnisse etwas anders in den USA sind sie auch etwas anders wir sehen jetzt gerade dass es sich auch schnell ändern kann ich habe auch in Kanada Antisemitismus erlebt auf meinen Reisen nach Kanada das ist natürlich so und ich möchte eine Lanze brechen wirklich weil ich auch in dem Bereich unterwegs bin für die politische Bildung und die Arbeit der Akteure hier in der Stadt sind sie Hayat sind sie VPN sind sie die Stiftung SBI etc die unterwegs sind auch natürlich das Jüdische Forum die unterwegs sind in diesem Rahmen und Seminare geben und Schulungen und wirklich intensiv auch daran arbeiten gerade auch die Lehrer und Lehrerinnen zu schulen und zu unterstützen aber Julia vielen Dank dann eine Frage an dich die ich auch schon an Schule und Rassismus gestellt habe Friedenauer Fall da ist irgendetwas nicht in Ordnung da ist richtig was nicht in Ordnung weil wir wissen es ja wir arbeiten daran schon seit 2001 mindestens an diesen Themen Kreuzberger Initiative Salam Shalom alles es kommt nicht an oder was was ist der was ist der Grund warum diese Bildungsarbeit offensichtlich nicht ankommt Schule ohne Rassismus stand auf Friedenauer da gab es eine Plakette auf der Schule trotzdem passiert das absolut ich schlage vor wir machen dazu mal eine eigene Runde weil da können wir uns wirklich die Köpfe einschlagen zu dem Thema nein nein ich antworte trotzdem ich kenne den Fall nicht aus meiner professionellen Arbeit jetzt deswegen kann ich nicht wirklich dazu was sagen alles was ich weiß weiß ich über die Presse oder von euch etc es gibt immer wieder solche Fälle und es gibt immer wieder Hilflosigkeit Unsicherheit Unwissen daraus auch ich würde jetzt fast sagen idiotische Ablehnung aber wirklich auch Ablehnung die unbegründet sind und Vorbehalte und Vorurteile etc und die gibt es nicht nur in Friedenau und es ist egal wo wir in der Stadt unterwegs sind wir begegnen dem ständig und wenn ich nichts weiß also wenn ich in der Bildung zugange bin ich bin Lehrer ich bin Lehrerin und habe diesen vollen Stundenplan muss mich um alles mögliche kümmern habe Fortbildung ohne Ende bin wirklich auch eingespannt und soll dann noch da gehen über Wasser die die Diskurse tatsächlich beobachten können und deswegen gibt es uns wir gehen dann rein wir informieren wir bilden aus wir bilden weiter und deswegen ist es auch wichtig dass die Akteure die in der Stadt unterwegs sind seien sie vom Land bezahlt seien sie vom Bund bezahlt tatsächlich auch weiterfinanziert werden aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema ja aber das ist auch das Hauptproblem was du ansprichst wir sind total unterfinanziert in dem Bereich das ist halt und diese multikulturelle Gesellschaft die wird auch nur funktionieren wenn man da endlich mal von Startseite wirklich rein investiert weil ansonsten ist es also ich denke mal das kann man hier in dem Publikum auch wieder sehen wir predigen denn im Grunde zu denen die eh schon konvertiert sind und so ist es ja bei jeder Abendveranstaltung wo ich sitze und wenn ich jetzt natürlich in die Schule gehe oder so da habe ich ein anderes Publikum aber die Lehrer Bildungsveranstaltung wo ich war teilweise mit Micha Brummlig zusammen die Lehrer haben uns immer wieder gesagt wir sind total überlastet wir haben viel zu wenig Zeit dazu wir wissen überhaupt nicht mehr wo wir nachkommen sollen und das ist ein riesen Problem nicht nur das nicht nur das ich darf es auch etwas anmerken es gibt es die zwei Sachen was hat Julia schon gesagt die erste ja also erste Probleme was wir haben wir haben das ist engagierte Initiativen die Initiativen das ist machen das ist wie Stiftung SP vielleicht für jüdische Forum wir machen das ist pädagogisch didaktisches Material entwickeln wir haben das wissenschaftliche Beirat wir versuchen nach jedem Besuch in der Schule reflektieren weiterentwickeln und so weiter und so fort nach besten pädagogischen Kriterien die besseres geben von uns aber das ist das Problem ist es eins wie viel gibt es von uns ich kann das sagen das ist jüdische Forum relativ aktiv und wir als aktive wir haben das zwei Bundesprogramme das wir hier unterstützt und im Rahmen eines Bundesprogrammes das wir besuchen ungefähr zehn Schulen wie viele Schulen gibt es in Berlin tausend wir haben das zehn besucht und wir haben wirklich viel gemacht und viel getan das ist die eine Probleme zweite Probleme ich besuche öfter mal das ist die Tagungen fast öfter mal unterwegs bei Tagungen und was habe ich das ist jetzt das ist die letzten Zeiten hat mir besonders plausibel und besonders nah gekommen und ich habe das kann auch sagen das verstanden das Problem was liegt das ist in Praxis und Wissenschaft bei Pädagogen und so weiter und so fort die Zeit ist es viel zu Fortschritten das ist gegangen und die viele Pädagogen und viele Fachkräfte sogar Wissenschaftler kommen nicht hinterher wenn wir schauen an wenn wir sprechen über Rechtsradikalismus wenn wir sprechen über Islamismus wenn wir sprechen über Ismenformen und so weiter und so fort wir sind ständig innerhalb des einen Monats das Tabea mein Kollege hier kann das Ihnen auch erzählen ausführlich wir waren fast in ungefähr zehn Kundgebung in Demonstration und so weiter das ist die letzte was wir haben das besucht was wir haben das beobachtet identitäre Bewegung wenn ich beobachte dass es diese identitäre Bewegung wenn ich komme in Berührungspunkte mit den identitären Bewegungen neue Rechte es ist nicht NPD von gestern es ist ganz ganz anderes die anderes romantikulieren die einsetzen das ist die anderen Instrumente und wenn ich gehe in die Schulen und zeige vielen dass es von Kundgebungen was war das ist gestern oder eine Woche oder zwei Wochen vor zwei Wochen sie haben das ist die vielen Pädagogen wenig Bescheid davon richtig richtig ich meine deine Arbeit ist völlig stimmig auf jeden Fall aber das Problem ist es wird von außen eingewirkt wenn wir wieder zurückgehen nach USA oder Kanada in verschiedenen Fällen kommt es von unten her von der Basis her zum Beispiel was ich sehe in Toronto und andernorts ist dass die jüdischen Gemeinden Synagogen Muslime einladen im Grunde das kommt von daher von der Basis her nicht dass es von oben eingewirkt wird mit anderen Worten die Arbeit die Armin macht ist in Nordamerika selbstverständlich das kommt von den religiösen Gemeinschaften her dass man diese Partnerschaften muslimisch-jüdischen Partnerschaften entwickelt und so ist es mit den Schulen auch dass eben da eine große Reserve da ist dass man mit dass es von den Lehrern die fühlen sich überlastet ja richtig aber die Frage ist warum fühlen sich überlastet in diese Richtung und nicht in andere ja wobei die die Gemeinden hier stehen vor ganz anderen Herausforderungen die in Kanada vielleicht nicht bekannt sind mit der ganzen Einwanderung internen Einwanderung mit 90% sozusagen von Einwanderern die sich erst überhaupt hier ankommen sollen also wir haben ja nicht in Kanada 95% von Russen die die Gemeinden überfallen aber wir haben es hier die überrannt haben die Gemeinden hier zwei davon sitzen hier vor ab dem Podium bitte die Frage schönen Dank die Kollegin Kranz wurde leider nicht vorgestellt kann ja vielleicht später nachgeholt werden aber sie hat gesagt sie wissen nicht was in den Schulen passiert ich möchte einfach einen Vorschlag machen für ein anderes Format das hier vielleicht auch innerhalb der Heinrich-Böll-Stiftung stattfinden könnte und zwar weniger so klagen über was nicht passiert oder was falsch passiert oder wo wir vielleicht machtlos sind sondern also ich will ein Beispiel erzählen von der Schule an der ich tätig war eine Schule in Moabit heute heißt sie Gemeinschaftsschule von der Grund bis zum Abitur und ich kann jetzt die Prozentsahlen nicht sagen aber sie ist überwiegend von muslimischen Schülern und Schülerinnen besucht und eine sehr engagierte Kollegin und die würde ich zum Beispiel hier mal auf dem Podium sitzen vielleicht mit anderen Kolleginnen und Kollegen die einfach ermutigen können indem sie solche Beispiele dann einfach vorstellen wo ist etwas Positives gelungen also ich will nur kurz fassen diese Kollegin ist vor zwei Jahren mit einer neunten Klasse nach Israel gefahren und die überwiegende Zahl habe ich schon gesagt waren arabische türkische Schüler und Schülerinnen die anfangs gar nicht so begeistert von diesem Plan waren aber dann am Ende doch ganz begeistert von diesem Erlebnis zurückgekommen sind und dann auch offen waren für sage ich jetzt mal sich damit zu identifizieren dass wenn sie hier in Deutschland leben dass auch die deutsche Vergangenheit ein Teil ihrer Identität sein kann und vor wann war das vor einer Woche etwa wurde ein Gedenkort der bislang eher vernachlässigt war der Güterbahnhof Moabit eingeweiht und diese Klasse hat dort so mit verteilten Rollen eine Lesung Stimmen derer die von dort in die Lager und in die Vernichtung deportiert worden sind vorgetragen und am folgenden Tag sind sie nach Polen gefahren um Gedenkstätten Majdanek Treblinka Lublin und Warschau zu besuchen und ich denke das sind immer nur kleine Tropfen da wo etwas passiert aber vielleicht sind das dann und dieselbe Kollegin sage ich nochmal die vor Jahren als ich noch an dieser Schule war am 9. November als Klassenlehrerin einer Klasse dieses Thema also jetzt nicht 89 sondern 38 nicht zum Thema machen konnte weil die Mehrheit der Schüler sagte von diesem Thema wollen wir nichts wissen also es gibt auch positive Entwicklung vielen Dank auch ETAI für diese vielen Dank für diese positiven Lichtblicke die gibt es auch und wir wissen es also es gibt ja auch Wannsee-Konferenz die ganz spannende Projekte machen ach so dann ist Elke Griglewski wahrscheinlich gemeint die fährt ja schon seit Jahren auch mit palästinensischen Jugendlichen nach Israel ja die Frage ist sozusagen reicht es aus um alle Unebenheiten auszugleichen die wir haben in unserer Schullandschaft ich würde vorschlagen dass wir jetzt Sigi die Sigmund offiziell Sigmund Königsberg von der jüdischen Gemeinde bitten eine Frage zu stellen oder Kommentar schönen guten Namen mein Name ist Sigmund Königsberg ich arbeite in der jüdischen Gemeinde und sehr geehrter Herr Professor Boglemann also Ihre Aufforderung dass man das jüdische in den Schulen seine Religion auslebt ist für mich ein bisschen weltfremd wenn ich ein Schüler bei 1300 1400 Schüler an einer Schule bin das ist die Relation die abgesehen von den jüdischen Schulen eigentlich normal sind hier an den Berliner Schulen da kann ich eigentlich im Prinzip von einem jüdischen Kind nicht erwarten dass hier ein Klassenclown worauf es am Ende hinausläuft in dem es jüdische Religion darstellt das ist irgendwie finde ich diesen Punkt überhaupt nicht zu erwarten es ist schon problematisch genug wenn überhaupt ein Kind sich als Jude zu erkennen gibt sehr oft werden vorher wir haben auch da Erfahrungen werden Eltern zumindest gebeten darüber stillschweigen zu bewahren man wird es tot zu schweigen es nicht raushängen zu lassen jetzt mal über Bezirke hin es gibt nicht einzelne Bezirke hinweg und ich glaube dass da ihre Erfahrungen von Toronto wo es auch einfach von der Zahl her wenn eine Schule zu 30% oder 40% aus jüdischen Kindern besteht ist es kein Problem wenn es in der Regel bis auf die jüdischen Schulen eben anders ist sehe ich das schon ist das einfach nicht machbar ihre Forderung ist da einfach nicht relativ darauf reagiert Professor Boddemann und deine Kranz und danach gehen wir zu den anderen ich sehe zwei drei drei Fragen es stimmt natürlich völlig was sie sagen es stimmt natürlich völlig was sie sagen es geht aber nicht darum dass eine bestimmte Gruppe hier vorgerufen wird in dem Fall wegen dieses einen jüdischen Jungs das ist wahrscheinlich schwer zu machen wenn ein Hindu in so einer Klasse ist ist es auch schwer zu machen aber es geht darum dass eine antirassistische Struktur dargestellt wird dass eben zum Beispiel eine türkische Gruppierung oder eine katholische deutsche oder wie auch immer dargestellt werden in den Traditionen in denen sie aufwachsen darum geht es also dass immer die Minoritäten in dem Fall sein würden danke Dani ja ich denke was halt problematisch ist dass eben sie habe ich so gesagt Sinja doch doch ich erinnere mich noch ganz genau das mache ich nochmal ich halte es nochmal also Sinja aber jetzt ganz richtig Senior Researcher und Leiterin eines Projekts die Migration israelischer Juden nach Deutschland seit 1990 das ist der Name des Projekts an der Bergischen Universität Wuppertal ja und außerdem eine Fachfrau ich habe ja gesagt zu allen möglichen Fragen der jüdischen Identitäten und außerdem die einzige Frau leider auf diesem Podium weil Sile Kugelmann immer noch auf dem Weg hierher ist so Dani aber du wolltest ja reagieren ja was ich meinte wir haben keine Zahlen wir haben keine Belastbaren also ich bin Empirikerin und ich meine ein Anthropologe sammelt eigentlich immer Daten wir sind Datenopportunisten also ich nehme natürlich schon sehr genau wahr was mir andere Juden oder Israelis erzählen aber was ich auch selber beobachten kann in der Schule meiner Tochter und das schließe ich ein an das was Sigi gesagt hat es gibt Judensinneminderheit in Berlin gibt es halt noch mehr als in in anderen Städten aber wo wir leben in dem Vorort von Köln wir sind die einzigen Juden wir sind die einzigen Israelis aber ich habe das jetzt nie irgendwie versteckt und auch nie meine Tochter angewiesen so eine Art Closet Jew zu sein oder Closet Israeli weil ich da nicht dran glaube weil meine hyperassimilierten Großeltern das hat denen irgendwie nicht viel gebracht sich irgendwie zu versuchen zu germanisieren bis sonst wohin und auch unseren Nachnamen umzuändern das ist eben aber das sind eben das sind denke ich persönliche Entscheidungen was ich denke in Bezug auf diese was Sigi angesprochen hat dass Eltern gesagt wird sie sollen es nicht sagen also die Lehrer haben mich da nie darauf angesprochen wahrscheinlich weil die irgendwie ja meine Reaktion schon irgendwo hätten abschätzen können die der nämlich nicht gerade positiv ausgefallen wäre und solange ich in diesem Land lebe und die Bundesrepublik einen Anspruch hat eine multikulturelle demokratische Gesellschaft zu sein werde ich auch nicht im Mund darüber halten dass ich Jude bin also da ist bei mir dann auch eine Grenze erreicht weil das würde ich umgekehrt auch genauso von Muslimen oder Roma oder sonstigen anderen Minderheiten erwarten dass die hier genauso frei leben können aber Daniel also ich meine es gibt eine Realität jüdische Realität und jüdische Realität in Deutschland in Berlin ich weiß nicht über Deutschland aber in Berlin sieht so aus dass das wie die Eltern von diesem Friedenauer Kind sie wollten unbedingt nicht auf eine Privatschule gehen diese Realität scheint sehr stratifiziert zu sein und das ist was was wir uns halt auch dann angucken müssen weil warum gibt es also für mich jetzt und das sind jetzt also nur meine Beobachtungen wie gesagt große empirische Daten dazu habe ich nicht warum sticht Berlin die ganze Zeit so negativ hervor vielleicht kann mir das einer der Berliner beantworten Entschuldigung also Köln ist nicht so grause ich mache jetzt mal gerade Werbung für meine Heimatstadt aber ja gut aber ich rede ja von Berlin ernsthaft ernsthaft warum ist das in Berlin warum ist das so überproportional für mich sieht das überproportional aus ich weiß nicht ich kann das von einem Chat wo wir sind mit Sergei eine Bekannte von uns hat das geschrieben im Chat um ein Gespräch mit ihrem Sohn und ihr Sohn besucht eine Schule und er vertuscht er sagt er ist nicht eine Jude und dann ist Mutter hat das ihm gesagt warum sagst du nicht und der Sohn antwortet bist du verrückt ich bin nicht lebensmüde das ist das eins das ist die so sieht das ist die Realität eine Junge sagt ich bin nicht lebensmüde ich bin nicht verrückt sagen das ich bin eine Jude in einer Schule wo sehr viele auch unter anderem muslimische Jugendliche wo sehr viele die Palästinenser und Libanesen und etc. etc. also dieser Fall ist es geworden ich kann das es kam das so viele Briefe von unterschiedlichen Eltern an mich und wo wir haben versucht das ist die Menschen zu helfen die überwiegende Zahl das ist diese Vorfälle wir haben das nicht mal geringste Bekanntes gegeben weil wir müssen das ist in erster Reihe das Sehen Wohlhaben das ist die betroffene Person nicht an anderen das Wohlhaben diese Menschen das ist für uns das ganz Wichtige und deswegen wir haben das mit denen auseinander gesehen und es war nicht ein Fall nicht ein nicht zwei Fall nicht Zweifeln und es waren das ist Fehler auch dass es sogar in Privatschulen die teuren Privatschulen kamen auch zu antisemitischen Vorfällen aber sie ist ja nicht das Einzige ich muss ja sagen hier sind nämlich zum Beispiel ein Vorfall als sieben Mädchen mit meiner Tochter Nure zusammen ins Haus einbrachen so nachts und Gott weiß welche Zeit jedenfalls sie kamen rein und es war Weihnachten und die Mädchen sagten ja wo ist denn euer Weihnachtsbaum und Nure sagte wir sind Juden das ist cool das ist ja die andere Reaktion auch etwas Positives gesehen wird und das war dann eine ganze So einen Fall habe ich in Berlin jetzt nicht vorgetragen bekommen aber aber ich muss sagen hier in diesem Fall vielleicht aus meiner Moderatorenrolle heraus treten ich habe eine Runde für betroffene Eltern gemacht anlässlich der Friedenauer Schule es waren 30 35 Leute da und alle haben erzählt ich war da ja du warst dabei und gab es da es gab eine Person der Vater der gesagt hat okay ist bei uns nicht der Fall alle anderen Alina und ich haben das gesagt weil ich ja auch gesagt habe ich habe diese deswegen ist ja auch meine Frage wirklich nach den Daten wo kommen diese Vorfälle gehäuft vor weil das ist halt weil sowohl Alina die in Kreuzberg lebt also wir haben diese Vorfälle bei unseren Kindern nicht was macht diese Schulen so besonders warum kommt das wo vor das ist also was was mich denn wirklich rumtreibt das auch zu verstehen weil wenn wir nicht wenn wir Rahmenbedingungen nicht verstehen wir verstehen nicht was für Menschen das sind wer zu Tätern wird dann können wir da noch lange drüber reden und reden im Grunde in leeren Raum gut wir gehen wieder zurück in das Publikum bitte wo ich die Aufmerksamkeit die Aufmerksamkeit lenken möchte ist auf Angst wir sprechen den ganzen Abend das Wort nicht aus worum es eigentlich geht es geht um Angst Ausgrenzung Angst vor Gewalt und es geht auch um eine Fähigkeit die wir hier in Deutschland glaube ich verloren haben nämlich erstmal Angst zu benennen weil wir immer noch in dem Trauma leben vom Holocaust und vom Zweiten Weltkrieg und dieses Trauma das nämlich war wie eine Glocke über uns allen und das erklärt zum Stück auch die Schwierigkeit zuzuhören und die Häufigkeit von dem Phänomen reflexhaft wegzuschauen oder nicht hinschauen zu können oder sehr eingeschränkt nur gucken und zuhören zu können und wenn diese Fälle an den Schulen mit denen bin ich auch ein bisschen vertraut wenn ich die höre dann ist es einfach eine Überforderung im Umgang mit dieser alten Geschichte und der Bildung die dazu fehlt und der psychologischen Fähigkeit mit Traumaphänomenen umzugehen und wenn wir anfangen zu berücksichtigen dass es Generationen gibt die betroffen sind und die epigenetisch diese Reflexe weitergegeben haben an die jüngere Generation dann sind wir und vielleicht ihr und vielleicht du diejenigen die da einen frischen Wind reinbringen können und ich sehe auch das Drama dass wir die Forschungsgelder nicht haben und die Gelder die notwendig wären um Bildung und Fähigkeit im Umgang mit Trauma aufzubauen und die Flüchtlinge konfrontieren uns damit ja danke eine interessante Analyse eine interessante Hypothese wir sammeln jetzt also es gab noch eine Frage rechts bitte und dann sie mein Name ist Hanna Götz und ich habe mich immer schon für Israel interessiert und habe auch Freunde und bin auch des öfteren in Israel und Herr Salomon hatte so eine ganze Liste von bitte ach näher so ok sie hatten eine ganze Liste von Antisemitismus ich glaube darunter wenn ich das richtig gehört habe war auch Kritik an Israel und das ist für mich ein Problem ich habe Kritik an Israel an der Politik aber Antisemitismus und Kritik an Israel sind zwei verschiedene Schuhe für mich und ich möchte da auch nicht mit falsch gesehen werden da würde ich das in diesem ist noch nah ja ok und das würde ich gerne mal in dieser Gruppe in diesem Rahmen mal zur Diskussion stellen danke eine wichtige Frage die übrigens wahrscheinlich heute jetzt gleich auf ARD auch diskutiert wird heute ist bei Maischberger eine Diskussion zu diesem diese Dokumentation die jetzt gezeigt wird und dann ausdiskutiert wird aber wir gehen erstmal zum letzten oder zu den Sie haben zwei Fragen Sie hatten auch eine Frage oder oder war das stellvertretend für den Nachbarn ja ja hallo mein Name ist Ferrat ich bin von der kurdischen Linkspartei oder kurdisch türkischen Linkspartei HDP und auch in der Linkspartei in Deutschland in Berlin aktiv ich bin selber also beziehungsweise meine Eltern sind alevitische Abstammung aus Mittelanatolien meine Lebenspartnerin ist jüdische Abstammung aus Berlin und sie hatte vor kurzem Geburtstag und meine zukünftige Schwiegermutter hat immer so einen Davidstern und kommt damit auch nach Neukölln und ich dachte mir im ersten Moment als ich im Laden war ich kaufe wieder zum Geburtstag einen Davidstern dann habe ich kurz nachgedacht und dachte mir okay sie fährt U-Bahn da kann was passieren was mache ich da dann habe ich es nicht gekauft und das zeigt mir eigentlich das ist vielleicht auch jetzt eine Quervorlage für sie aber das zeigt mir so ein bisschen dass das schon sehr tief verankert ist als jemand der in Neukölln aufgewachsen ist dass da was passieren kann und ich glaube dass das wirklich die Arbeit von Armin Lange hilft dass das langfristig auch nachlässt also wir müssen wirklich an die Schulen gehen wir müssen an den Schulen mit den Jugendlichen arbeiten weil ich glaube ich arbeite sehr stark zum Thema türkischen Nationalismus bei den hier geborenen und aufgewachsenen Türkinnen und das ist kein Nationalismus der irgendeiner Ideologie untermauert ist sondern das ist ein Nationalismus der einfach kommt der kommt von den Eltern das haben sie die ganze Zeit gehört deshalb sind Kurden so und so Aleviten sind so und so und genauso glaube ich ist das auch mit vielen arabischen Jugendlichen die hier aufgewachsen sind die einfach das nachplappern was sie zu Hause hören und daran müssen wir arbeiten das ist bestimmt nicht bei allen so aber bei vielen aber ich habe wir beide haben ein ganz anderes Problem worüber wir eigentlich tagtäglich diskutieren wir haben bald die Bundestagswahl und die AfD wird in den Bundestag einziehen und da sind Rassisten da steht jüdische Realität da steht multikulturelle Gesellschaft die AfD akzeptiert weder die jüdische Realität noch den Holocaust also der Flügel von Björn Hocke wenn wir genau sein wollen aber Multikulti ist für sie auch gescheitert und ich habe eher Angst vor dieser Gruppe wenn die an die Macht kommen was dann mit Muslimen und mit Juden passiert wir sollten hier okay der Nahe-Ost-Konflikt ist wichtig wir sollten das aber primär nicht hier austragen sondern versuchen an den Menschen zu arbeiten die hier sind vor allem die Generationen die jetzt aufwachsen und wir sollten uns auch darauf konzentrieren dass der Rassismus und der Antisemitismus hier in Deutschland von Deutschen auch wirklich zurückgedrängt werden und daran arbeiten Danke sehr Wollten Sie jetzt sind Sie diejenigen die keinen David Stern bekommen hat Ja das bin ich Sarah Ebensperger mein Name genau also was so in dem Forum also hier auf dem Podium so rauskam ist was ist schlimmer Antisemitismus und muslimischer Rassismus und ich finde das dürfte gar nicht zur Frage stehen also wir müssten zusammenhalten eben gerade was die Bundestagswahlen angeht und zusammen gegen die AfD und gegen diesen ganzen Rassismus egal gegen welche Minderheit der ist anstehen und uns gar nicht mit so einer für mich wahrscheinlich greife ich damit jetzt gleich jemand an aber mit so einer Kleinigkeit auseinandersetzen und das zu differenzieren sondern gemeinsam eben gegen viele Minderheiten gemeinsam gegen zum Beispiel die AfD vorgehen das ist das Wichtige finde ich Danke auch einer Stimme aus der jüdischen Realität von heute vielen Dank es gibt hier noch eine Stimme die unentschlossen ist möchten Sie jetzt unfit ich hoffe ich kriege die Worte zusammen machen Sie es versuchen Sie es ja danke also vorhin wurde die Kreuzberger Initiative ja schon mal erwähnt ich dachte ich muss mich jetzt outen also ich bin seit 2016 in einem Projekt das für Geflüchtete konzipiert ist tätig und ich wollte irgendwie da anknüpfen an den Kollegen da hinten und und dahinter wo das Thema Flucht angesprochen wurde Trauma Entschuldigung angesprochen wurde und nochmal eine Frage die ich hier an Sie hatte woran kann man die Frage des Erfolges Messen gerade auch bei Bildungsprogrammen also in meinem Projekt war das schon sehr eingeschränkt das was wir haben wir haben sehr viele Chancen aber wir haben auch sehr eingeschränkte Rahmen wie viele Gruppen wir erreichen und fast ist man in dem Moment dankbar wenn man weniger Gruppen hat weil man dann viel besser vorbereiten und nachbereiten kann und wir müssen uns ja dann also in dem Rahmen in dem man eben einen Freiraum hat und ich wollte nochmal so das Thema Trauma das wir jetzt so zweiseitig irgendwie betrachten müssen also wir haben jetzt auch die Gruppe der jungen Menschen die jetzt kommen und Älteren wo auch Verlust eine sehr starke Rolle spielt Verlust von Heimat aber das betrifft wahrscheinlich auch im Kontext so israelisch-palästinensischen Kontext ist das auch wieder ein Thema Identität und auch Verlust von Heimat also wie kann man wenn man über Antisemitismus auch diskutiert auch diese Anerkennung von Trauer und Verlust und Geschichtsverarbeitung irgendwie mit berücksichtigen damit überhaupt so ein offener also ein offener der Prozess stattfinden kann weil von heute auf morgen lassen sich eben diese Probleme nicht beheben das ist halt ein Prozess und nur noch ganz kurz angemerkt auch jetzt nochmal die Wahrnehmung wir hatten nämlich ich war auf einer Tagung in Paderborn da waren syrische Lehrer eingeladen und da arbeitet man sich wieder an den Begrifflichkeiten ab Antisemitismus das wird im Verständnis her haben wir ja hier wirklich ein ganz anderes Verständnis davon ganz andere Verarbeitung ganz andere Diskurse und da ist so ein starkes Bedürfnis auch selbst unter diesen Begriff mit einbezogen zu werden weil man auch hier natürlich diese Erfahrungen von Ausgrenzung erlebt Rassismus erlebt und dass man da auch nicht so eine spezifische Tätergruppe irgendwie oder potenzielle Tätergruppe hat die selber eben sich nicht als judenfeindlich begreift und sich immer in der Rechtfertigung sieht irgendwie nein wir haben nichts gegen Juden es ist aber eine andere politische Erfahrung die da eine Rolle spielt und Freund Feind denken die da mit reinkommen und deswegen finde ich das was vorhin gesagt wurde Antisemitismus gibt es ja nicht ohne also gibt es nicht ohne Juden also nicht das was Sie vorhin referiert haben gibt es auch ohne Juden ohne Juden genau Entschuldigung diesen Punkt der echten Begegnungen dass man wenn man lösungsorientiert denkt ob man nicht darauf hoffnungsvoll aufbauen kann und da mehr tun muss einfach das ist die Frage ob wir in Deutschland genug Juden für echte Begegnungen haben aber aber es gibt ein Projekt Rent a Jew das ist ja etwas was wirklich hier angeboten wird also alle die immer sich einen Juden gewünscht haben so aber jetzt zu ernsthafter weil der Hintergrund der Frage ist ja durchaus sehr ernst und insofern will ich das überhaupt nicht ins Lächerliche ziehen und vielleicht fangen wir auch mit dieser Frage an Levi die war ja auch zum Teil an dich gerichtet aber trotzdem es waren sehr viele Fragen ich würde gerne eine Antwort geben das meinerseits das ist zu dem Thema Angst das ich teile dass ihre Meinung und wenn ich ganz ehrlich zu sagen habe kann ich nicht viel dazu noch zusätzlich das sagen ich würde gerne das im Gegenteil hören was sie sagen zu dem Thema Kritik an Israel und Antisemitismus wissen sie es gibt keine Kritik an Israel Kritik an Deutschland Kritik an Frankreich Kritik und so es ist der Begriff Kritik an Israel es ist grundsätzlich ein falscher Begriff Israel ist es eine Stadt wie viele andere Städte in der Welt wie 194 weitere Städte und natürlich das kann man kritisch betrachten das Arbeit der israelischen Regierung oder die besondere dass die Menschen und etc aber Kritik an Israel sowas gibt es nicht und wenn jemand das vermischt mit Antisemitismus dann hat er wahrscheinlich Probleme ich würde das auf keinen Fall vermischen mit Antisemitismus und ich glaube die Juden sind die schärfsten Kritiker und die am schärfsten auseinandersetzen mit ihren führenden Personen und mit der Regierung und mit weiteren Kräften aber es ist Bedarf weiterer Themen es ist wirklich kann man vertiefen und sie können das Kopf schütteln oder nicht das ist wir können vertiefen aber nicht vertiefen das ist meiner Meinung nach Kritik an Israel das gibt es jetzt nicht und mit Antisemitismus darf man nicht vermischen und soll auch nicht vermischt werden es ist unterschiedliche Paarschuhe aber es ist ein Thema da ein Abend und zwei und tausend Abende reicht auch nicht Muslimfeindschaft und Antisemitismus ich teile das ist ihre Meinung auf keinen Fall das zwischen Minoritäten das ist oder zwischen unterschiedlichen Gruppierungen die Opfer die Opferkonkurrenz oder sowas so darf das nicht passieren ich war immer das ist die Meinung jede Form von Ismen das muss bekämpft werden nur einfach das ist für jede Form von Ismen muss man das zu verstehen und begreifen wie funktioniert und dann dementsprechende Maßnahmen entwickeln und das ist dagegen vorgehen aber verurteilenswert das ist jede Form von Ismen ist da und jetzt zu Thema Flucht für Thema das ist die wir haben das auch das die ein Projekt Hager ins Leben gerufen das ist die es ist auch im Tora das ist auch das es gibt das ist dieser Begriff die Hager das die begegnen anderen wie dich selbst so verkürzt das ist dargestellt und natürlich das ich verstehe wenn sie sagen du begegnest das ist die Menschen du begegnest erst mal das die Menschen sogar wenn sie sind anderer Meinung wir sind sogar wenn sie sind radikalisiert und wenn sie sogar falsch gebildet und so du erstere dass du begegnest einem Mensch und mit diesem Mensch du kommst in einen Austausch in ein Gespräch und wie das dieser Austausch und wie ist es dieses Gespräch stattfindet das ist es ist eine Pädagogik es ist gut das wenn sie machen das ist dieses Projekt und da wahrscheinlich das wissen sie wie geht das ist wir haben das auch versuchen das jetzt unser pädagogisch didaktisches Material entwickeln aber es gibt kein Rezept natürlich das gibt und natürlich da es ist Bedarf es ist so immens es ist so groß und ich verstehe wenn es mit einem Flüchtling fünf Menschen sich beschäftigen intensiv mit einer Person da hat man Zeit da hat man da sieht man das auch zumindest etwas aber nicht ein zweiseitig der Traum hat ja ja da könntest du noch kurz darauf eingehen denn das ist eine wichtige Frage wie gehen wir einerseits entschlossen gegen zum Beispiel israelbezogenen Antisemitismus vor und andererseits erkennen aber an dass diese Jugendlichen aus Familien kommen die zum Teil vielleicht vertrieben oder sie haben ihre Heimat verloren oder sie sind Teil des Konflikts oder ihre Verwandte wurden verhaftet oder das ist ja eine komplexe Realität die auch da vor Ort ist wie machen wir diesen Spagat es ist wirklich eine ganz ganz schwierige Frage und ich würde mir nicht zumuten kurze Antwort geben auf diese Frage weil ich sehe dass es gesamte Komplexität ist diese Frage und Komplexität ist es zum Beispiel eine von schlimmsten Kundgebungen und Demonstrationen was habe ich das ist in meinem Leben gesehen das war 2014 wo am Potsdamer Platz die viele palästinensische Frauen haben eine Kundgebung organisiert wo auf dem Boden lagen geköpfte Puppen von Puppen das heißt die Köpfe das wurden das durchgetrennt und das wurden das mit dem Blut verschmiert und dann die eine Demonstration wurde das mit den Kindern organisiert da finde ich das ist die es ist Erziehung meiner Meinung nach es ist eine Erziehung zum Hass es heißt dass es mit dem Traumata mit dem Problem was hat das ist ein Säugling welche lag bei dieser Kundgebung könnte man sehen das ist ein Säugling neben einem Säugling das lag das ist eine geköpfte Puppe mit geköpften und Blut verschmiert was von Traumata hat das dieser Säugling erlebt dieser Säugling erlebt Traumata in dem Sinne dass es seine Eltern von Geburt an ihm sowas tun an ein Kind und es muss man Besorgenheit sozusagen das Liebe vermitteln Sicherheit vermitteln und der Konflikt welcher 4000 Kilometer weit entfernt ist es 4000 Kilometer weit entfernt die andere Sache dass es wir natürlich dass es wir haben dass es die Menschen welche wir haben das hier zu tun im größten Teil das mit den Menschen dass welche Generationen hier schon in Deutschland entweder sozialisiert und aufgewachsen und etc und mit denen sie haben das es vielleicht andere sie haben das es Erzählungen Gespräche von oder sie schauen das es die arabische Fernsehen oder die andere Fernsehen und die Eindrücke das es erleben aber ich sage nochmal es ist so viel zu komplex wenn es im jüdischen Fall das ist wenn wir haben das wir sprechen das ist über Halakos Überlebende dann ja da haben wir das ist die Traumata Erlebnisse Menschen wenn die Menschen wenn die Menschen das ist welche wurden das ist die vertrieben 47 oder 48 dann ja das ist die Vertriebene die Traumata ist es da aus irgendwelchen Gründen das ist auf welche Seite und warum wurden sie vertrieben abgesehen davon die wurden vertrieben und das ist auch ein traumatisches Erlebnis und das ist unterschiedlich und da ist mir wirklich das Schwert eine richtige Antwort zu geben ist auch eine schwierige komplexe Frage Michael Bodemann haben Sie für ein Schlusswort haben wir zu viel über Antisemitismus gesprochen und zu wenig über die multikulturelle Gesellschaft hier und die jüdischen Realitäten ist das alles was wir haben an jüdischen Realitäten hier natürlich hat es sehr verengt wurde die Diskussion sehr verengt wenn wir über multikulturelle Gesellschaft sprechen aber das ist noch ein weiteres Thema das wir hier nicht wieder anfangen können wenn gerade die Situation zum Beispiel die Rolle der Israel ist in der Berliner im Umfeld da müssen wir noch viel mehr dazu sagen im Gegensatz zu jüdischen Gemeinden zum Beispiel gerade diese Spannung zwischen der Gemeinde und den Israel ist eine Sache die man weiter diskutieren muss natürlich Daniel Kranz nochmal her und dann vielleicht Zilli Kugelmann wenn sie es endlich schafft Amen Lange dein Schluss Plädoyer vielleicht auch mit Kritik verbunden haben wir jetzt zu eng das alles gesehen sind wir besessen von einem Thema welche anderen Dimensionen der jüdischen Realitäten müsste man jetzt nochmal anschauen bei unseren nächsten Begegnungen und vielleicht auch Fragen die du wo du dich angesprochen fühltest und reagieren möchtest ja also ob wir jetzt von einem Thema besessen sind oder nicht das weiß ich nicht aber tatsächlich ging es fast nur um den Bewusstsein für Antisemitismus um Israel es ging ganz wenig um jüdisches Leben in Deutschland das ist teilweise vielleicht auch meine Schuld weiß ich nicht aber das ist ein Phänomen das ich generell in den deutschen Diskursen betrachten muss dass wenn es um Juden geht dann sind diese Juden immer schwach dann sind diese Juden immer Opfer diese Juden werden angegriffen diese Juden und Juden können nur dann stark dargestellt werden wenn in der Geschichte es um Israel geht die Juden sind nur in Israel stark und in Deutschland schwach und ich denke nicht dass es so ist ich denke nicht dass es auch in Berlin ein jüdisches Leben gibt es gibt Sachen auf die wir stolz sein können es gibt Filmfestivale Kulturveranstaltungen es gibt Streit innerhalb der Gemeinde ich finde das gut dass es einen Streit gibt das ist wichtig wir genießen es das ist doch etwas Positives auf das wir stolz sein können mein Schlusswort wäre eigentlich euer Wortmeldung gewesen dass wir jetzt genau in dieser Zeit in der die Rechtspopulisten überall in Westeuropa stärker und präsenter werden Trump Brexit was auch immer und jetzt im September der Bundestag an brauchen wir mehr Zusammenhalt zwischen Minderheiten wir brauchen eine jüdisch-muslimische Allianz die so präsent ist wie noch nie zuvor und noch ein Kommentar an der Ecke Hermannplatz Kodbusser dann bei der palästinienischen Juwelier kann man David Sterner kaufen die Frage ist kann man diese dort tragen das ist die Frage so Dani vielleicht nochmal Reaktion auf das was gefragt wurde und eine ganz kleine Aufgabe eine Agenda für die Zukunft der jüdischen Vielfalt oder des jüdischen Lebens in der vielfältigen Gesellschaft welche Themen welche Herausforderungen müssen wir angehen damit es eine Zukunft gibt ich denke dafür muss man sich dann eben auch mit Trauma auseinandersetzen was sie eben angesprochen haben weil Trauma ist eben ein Grundmotiv was in diesem Land existiert es ist nicht mein zentrales Forschungsthema das wäre dann eigentlich Dr. Brungs die sich damit mehr befasst als ich und ich denke mit diesem Trauma wenn es einem bewusst ist kann man dann eben auch sehr bewusst umgehen und ich verweigere Angst zu haben ich ziehe auch einen Davidstern an wenn mir danach ist ich weiß aber auch ganz genau dass meine Eltern da teilweise nicht mit Begeisterung drauf reagieren weil meine Tochter dann eben die ist auch in so einem sehr muslimisch geprägten Kindergarten sie war da jetzt ist die Schule und da war das erst nämlich so muss die dann unbedingt den Davidstern anziehen da habe ich gesagt lass sie und wir sehen was passiert und es ist nichts passiert und ich denke man kann eben wir müssen offen damit umgehen wir müssen mit Trauma umgehen wir müssen mit Rassismus umgehen und wir müssen eben auch mit den verschiedenen Gruppenbeziehungen umgehen damit es ein jüdisches Leben gibt und dieses jüdische Leben das hat Armin ja auch gesagt dass Juden eben immer als Opfer dargestellt worden also es gibt natürlich auch die Vorstellung von dem Superjuden und von dem Juden der die Weltverschwörung hat oder veranstaltet es sind eben Projektionsflächen und da muss man eben wirklich drauf eingehen und ich denke in dem Sinne damit es jüdisches Leben geben kann braucht es nicht nur eine jüdisch-muslimische Minderheit Koalition sondern eine gesamtgesellschaftliche Integration wo sich dann eben alle für diese multikulturelle Gesellschaft und für diese diverse Gesellschaft entscheiden und dass man die Themen eben nicht der AfD oder sonstigen Polemikern überlässt weil das sind ja diejenigen die gerade ex-positivo definieren während unsere Definitionen vorher waren ja immer ex-negativum und da sehe ich also wieder dieses Riesenmanko was eben aus dem Trauma kommt die Bundesrepublik hat es per se nie geschafft zu sagen was ist deutsch diese Intermediärensferne des Deutschseins was qualifiziert mich damit ich hier Staatsbürger bin die wurden nie offen ausdiskutiert und dafür trotz all meiner Kritik an diesen ganzen Rechtspopulisten die haben es auf den Tisch gelegt und jetzt haben wir im Endeffekt die Chance das Ganze auszudiskutieren und das sollten wir nutzen wir sollten es für uns nutzen dem ist nichts mehr weiter hinzuzufügen ich wünsche Ihnen ich wünsche Ihnen einen schönen Abend wer noch nicht ne Frau Kugelmann ist verlustig gegangen aber wer es noch nicht genug hatte von diesen Themen kann wirklich die ARD einschalten und bei Maischberger dann sehen wie diese Diskussion dann weiter laufen ich wünsche Ihnen einen schönen Abend Mekonnen sagt mir es gibt Brezeln unten und Wasser bescheiden aber gut und gute Diskussion alles Gute bis bald wieder in der Heinrich-Böll-Stiftung Tschüss bis bald